Hallo und hallo! Herzlich willkommen zu Civilization Gathering Storm für die Konsole. Ich teste heute, ob dieses Strategiespiel tatsächlich auch außerhalb des PCs vollumfänglich funktioniert. Und zwar jetzt! Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder mit mir seid. Falls ihr live seid, jetzt in diesem Moment seid ihr live, aber falls ihr das später guckt, seid ihr natürlich nicht mehr live. Direkt nach dem Moin Moin geht es jetzt hier weiter. Ich freue mich sehr auf einen wunderschönen Vormittag und Nachmittag mit euch. Gerade haben wir uns so ein bisschen unterhalten im Moin Moin über alle möglichen Sachen, über Spinnen und so weiter. Und jetzt geht es hier weiter mit Civilization. Ihr wisst ja, der G8-Gipfel steht in Kürze an und da passt es ja ganz gut, dass es eine Konsolenumsetzung seit neuestem gibt für Civilization VI. Falls ihr Konsolenspieler seid, wisst ihr vielleicht, geschichtlich betrachtet, es gab auf jeden Fall schon mal ein Civilization für Konsole. Damals Civilization Revolution für Xbox 360. Ich weiß nicht, ob es auch für Playstation 3 gab. Das war zwar ein Civilization, aber sehr rudimentär, sehr abgespeckt. Es war im Prinzip fast ein etwas komplexeres Brettspiel. Es hatte gar nicht so viel mit der damalig aktuellen PC-Fassung des Spiels zu tun. Mittlerweile gibt es schon seit längerem eine Civilization-Umsetzung für Nintendo Switch. Die ist sehr gut, die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das ist auch ein vollumfängliches Civilization, allerdings ohne die Add-Ons. Das heißt, da fehlen auf jeden Fall noch einige Komponenten des Spiels. Aber die Grundzüge sind alle vorhanden und ich habe es tatsächlich auf Switch gespielt. Es macht echt Spaß und ist gerade so für unterwegs, für längere Bahnfahrten oder so. Echt ein toller Zeitvertreib. Also das kann ich euch sehr empfehlen für die Switch, wenn ihr eine habt. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir mal gemeinsam die Konsolenversion testen für PlayStation 4. Und da sind die Add-Ons nämlich drin. Rise and Fall und Gathering Storm. Ich gehe mal ganz kurz in die Spieloption. Ich mache vielleicht einfach mal so ein bisschen gerade diese unfassbar laute Musik ein bisschen leiser. Auch wenn ich diese Musik sehr liebe bei Civilization, weil die irgendwie die ist so episch und weckt so viele Erinnerungen. Aber ich mache sie mal ein bisschen leiser. Teilweise auf dem PC auch schon recht habe ich. Wer bin ich denn? Mali! Internationale Handelsregale plus 1 Gold für jedes flache, höchste Geländenfeld in der Ursprungsstadt. Nun beginnt eure größte Aufgabe von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Mannsa Musa, großer König von Mali. Ihr seid mit unermesslichem Reichtum gesegnet und bleibt doch unverdorben. Wendet euren Blick vom Halt ab und heben. Plus 4 Gold. Erfüllt euch euren sehnlichen Wunsch nach Frieden. Freude im Handelszentrum. Schützt den Wohlstand eures Volkes. Dann wird der Name in goldenen Lettern in die Geschichte eingehen. Interessant, ich habe noch nie Mali gespielt. Ich habe E-Civilization 6 noch nicht so viel gespielt. Äh, ich würde es gerne noch ein bisschen mehr spielen jetzt für den G8-Gipfel. Ähm, ach, guck mal, eben war da der Ladezeitenring, unten rechts war der, der hat wirklich lange gedauert, aber da hat er einen Riesensprung gemacht. Ihr seht, das dauert schon eine Weile, aber es ist auch ein PC dauert. Die Ladezeit ist jetzt auch recht hoch, aber natürlich auf der Konsole ist es noch mal länger. Ja, also, ich habe noch nie mit Mali gespielt. Wie gesagt, das scheint mir jetzt nach der Beschreibung, die ich da lese, eine Nation zu sein, die Bock hat auf Geld, was mir entgegenkommt, weil ich finde, Geld ist immer etwas, mit dem man eigentlich alles machen kann. Man kann sich Einheiten kaufen, man kann auch Gebäude fertigstellen. Ich mag Geld. Ne, ich möchte jetzt eigentlich das nicht mehr anzeigen, bitte. Das habe ich ja ehrlich gesagt aber auch klar gemacht. Leute, ich habe das doch gesagt, dass ich das nicht will. Wir werden mal weiter jetzt. Das sind die Neuerungen. Ähm, es gibt Naturkatastrophen, ähm, es gibt Flussüberschwemmungen, es gibt Klima, auch das sehr zeitaktuell, ne. Es gibt, ähm, theoretisch die Möglichkeit, dass das Klima komplett verreckt. So, äh, okay. Das ist also mein Land. Das ist meine Ausgangssituation. Ich weiß, dass es Leute gibt, die Civilization sehr smart spielen und sehr strategisch spielen und sehr eSportartig spielen. Die würden jetzt anfangen zu gucken, okay, wo siedle ich? Ich siedle eigentlich immer da, wo ich am Anfang hingesetzt werde. Ähm, viele Leute würden dann immer gucken, so, okay, pass auf. Es ist aber besser, wenn ich zwei Felder nach oben gehe oder nach rechts gehe. Das kann schon echt viel ausmachen. Ich spiele Civilization aber eher so wie jemand, der Bock drauf hat, so im Kopf auch eine Geschichte zu erleben, ne. Ähm, deswegen mach ich das jetzt nicht, dass ich irgendwie anfange zu überlegen, okay, wo ist der beste Platz? Ich bleib jetzt da, wo ich hingesetzt werde. Es ist eine Küstenstadt, viel Wasser um mich rum. Ähm, ich werde jetzt hier einfach mal was, wieso sehe ich eigentlich nicht? Das ist eine Sache, die ich noch nicht so ganz gecheckt habe. Vielleicht wisst ihr das. Wo kann ich einstellen, dass mir auf diesen Karten angezeigt wird, welche Ressourcen da drauf sind? Und zwar meine ich Nahrung und Produktion. Das ist ja eigentlich wird das, war das immer da so unten an der Minimap, eine Option, aber guck mal, ob ihr das in den Optionen, hier, in diesen Optionen irgendwo, da kann ich das anzeigen. Muss dann mal bei Interface sein oder bei Kartenoptionen. Ah ja, da, geil, da ist es. Ertragssymbole. Das ist wichtig. Was ist das, Wüstenbeschriftung? Mach das mal alles ein, damit ich alle Informationen habe. Dankeschön. Denn das war, meine ich, früher direkt hier im Interface, also im Spiel, ohne dass man ins Menü musste, irgendwie zu lösen. Ah, seht ihr das, Leute? Guck mal. Okay, das ist nämlich echt gut. Jetzt sehe ich nämlich auch, was ich wo bekomme. Und das Startfeld für meinen Siedler hat nur eine Nahrung, was für das stete Wachstum nicht so geil ist. Aber ich habe drei Produktionen, was wiederum natürlich ganz schick ist. Aber eine Nahrung ist eigentlich nicht so gut, aber ich habe hier relativ viele Sachen um mich rum. Ich baue jetzt einfach mal an dieser Stelle meine Stadt. Das habe ich ja gesagt, dass ich das jetzt so mache und müssen sich den Gegenglauf dieser Stadt gründen. Sehr schön. Und früher war es ja mal so bei den alten SIV-Spielen, dass man nur einen Hafen bauen konnte und damit auch Schiffe ausbilden, wenn man direkt an der Küste gesiedelt hat. Das ist hier ein bisschen anders. Es gibt ja diese Distrikte. Das heißt, ich kann auch jetzt mit meiner Hauptstadt Nianin einen Hafen bauen. So, und jetzt gucken wir mal, was wollen wir erforschen? Was habe ich denn überhaupt da so rumliegen? Korn habe ich und Salz. Kupfer habe ich. Dann fangen wir mal an. Komm, wir machen mal einfach mal. Am Anfang ist das egal, man braucht sowieso alles. Und ich sage es noch mal, ich spiele ja nicht eSport-artig. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr viel Ziv spielt oder auch diesen Anspruch habt, werdet ihr vielleicht auch ein bisschen sagen, wie dumm ist der denn oder so. Aber noch mal, das ist gar nicht meine Art, wie ich dieses Spiel spiele. Mir ist immer echt wichtig, dass ich eine Geschichte erzähle. Also, die Geschichte meines Volkes einfach. Und so ein bisschen dieser eSport-Gedanke ist mir nicht so wichtig. Ich spiele auch nie online gegen irgendwelche anderen Leute. Ich baue jetzt mal als erstes einen Speer, damit ich das Land erforschen kann. Ja, und die ersten Runden sind natürlich jetzt relativ schnell vorbei. Ich habe jetzt logischerweise nur eine Stadt, wenig Einheiten, deswegen geht das sehr schnell. Auf Hügeln, jetzt in dem Fall stehe ich auf einem Hügel, habe ich immer erweiterten Sichtradius. Dafür kostet das Bewegungspunkte, aber ich habe dafür relativ viel Sicht, was immer ganz gut ist. So. Gucken wir uns mal an, wo wir hier gelandet sind. Das scheint mir tatsächlich mit vielen Seen durchsetzt zu sein, das Land. Was jetzt eigentlich nicht so gut ist, weil auf Seefeldern gibt es nicht so viele Ressourcen. Es sei denn, man hat irgendeine Attentation, die dann einen Bonus drauf hat. Es gibt, glaube ich, auch so Religionen, die Perks haben, mit denen man dann Ressourcen auf Seen erhöhen kann. Dann wird das vielleicht irgendwann attraktiv. Plus so Gebäude wie Leuchtturm, Seehafen und so weiter, die dann auch nochmal einen Bonus geben auf Seeressourcen. So. Da unten scheint mir, also da wo Schnee ist, ist es eigentlich immer so das untere Kartenende. Das ist dann so ganz im Süden. Das heißt, eigentlich würde ich mich wahrscheinlich jetzt nach Norden eher ausbreiten. Mal gucken, was da so Optionen sind. Noch kein Gegner hier getroffen. Das ist auch ein bisschen ulkig. Hier ist Wüste. Das ist ja für mein Volk jetzt nicht so schlimm. Die sind ja durchaus Wüstenfüchse hier. Mhm. Nur viel Wasser überall. So, Wassermühle. Ja genau, Wassermühle gibt auch einen Bonus, ne? Ich gucke mal so ein bisschen nebenbei in den Chat. Vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps. Welche Difficulty ist das, Pretty Bailey? Ja, es ist König und es ist nicht online. Weil, wenn ich jetzt online spielen würde, das, äh, da würde ich wahrscheinlich auch einfach kein Land sehen. Weil, ähm, das ist so, ich erinnere mich noch, früher als ich Counter-Strike gespielt hab, da gab's nur LAN und kein Internet. Da war ich richtig geil. Hab gedacht, so, ich bin bestimmt voll der megakrasse Counter-Strike-Spieler. Und dann hab ich irgendwann angefangen, online zu spielen. Das entwickelte sich zu der Zeit ja erst so langsam. Und hab gemerkt, so, scheiße, ne? Das ist eine ganz andere Nummer hier. Da musste ich mich komplett umstellen. So, Keramik haben wir erforscht. Prima. Ist hier schon Sende, äh, Ende im Gelände? Oder geht das hier noch weiter? Ne, guck mal, da ist schon ein Ende, ne? Und unser erster Speer ist da. Das ist auch gut. Guck mal, das ist schön grün hier. Das sieht gut aus. Alles, was hier so grün ist, gefällt mir gut. Dann können wir mal die nächste Forschung machen. Dann bleiben wir mal Tierzucht. Zack. Und ich baue jetzt mal, obwohl ich hier noch niemanden getroffen hab, baue ich auf jeden Fall jetzt mal einen Schleuderschützen. Meine Idee ist, dass ich zwei Schleuderschützen baue, bevor ich Bogenschuss sozusagen erforsche. Weil dann kann ich die gegen Geld upgraden. Ähm, die haben natürlich weniger Produktionskosten, diese Schleuderschützen, weil die einfach natürlich die schlechtere Einheit sind. Und, ähm, dann kann ich die upgraden. Das kostet mich dann Geld und nicht Produktion. Und dadurch, dass ich so ein Volk hab, was offensichtlich relativ gut an Geld rankommt, äh, halte ich das für eine gute Idee. Und, ähm, sobald ich hier auf Barbaren und so treffe, brauche ich diese Typen halt auch. Sonst, wenn ich hier keine Armee baue, dann können mich selbst Barbaren schon vor Probleme stellen. Versuch noch mal an die Ecke ran. Ob das da noch weitergeht oder ob da auch Sense ist. Habt ihr eben diesen Wirbelsturm schon gesehen. Guck mal, da ist ein Dorf. Das nehm ich jetzt mal ein. Ah, mega! Okay, das ist richtig, 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 äh, freundliches Dorf gewesen. Ähm, man bekommt von Dörfern unterschiedliche Boni. Manchmal wird einem die Karte ein Stück weit aufgedeckt. Manchmal bekommt man Geld. Oder sogar vielleicht ein Bonus auf Technologien. In dem Fall hab ich einen Handwerker bekommen. Und das ist in der Frühphase des Spiels richtig, richtig viel wert. Weil jetzt kann ich mir hier, ähm, Upgrades quasi, also meine, meine Ressourcen upgraden. Und normalerweise würde das noch voll lange dauern, bis ich einen Handwerker ab. Deswegen ist das gerade mega geil. Sehr schön. Ähm, warte, ich mach mal hier auf dem Hügel rauf. So, und da hab ich meinen Handwerker. Guck mal, da kann ich direkt. Kupfer kann ich noch nicht, weil ich Bergbau nicht hab, ne? Äh, genau, da wird stets auch rot. Da oben benötigt Bergbau. Aber ich kann jetzt hier meinen, ähm, Bauernhof schon mal machen. Dann geh ich hier auf, nicht Ressourcen ernten, sondern Modernisierung erstellen. Und dann jetzt hier Bauernhof. Sehr schön. So, und mein Ersteindruck, muss ich sagen, ist tatsächlich, dass es ein vollumfängliches Civ ist. Es sind ja auch die Addons dabei und es ist auch traditionsgemäß bei Civilization so, dass es erst mit den Addons, sondern durch richtig komplett wird. Guck mal, jetzt machen wir am Anfang mal, ähm, mein Regierungsbonus hier, Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren, weil normalerweise am Anfang hat man mit denen immer am meisten zu tun. Und jetzt kann ich mir aussuchen, will ich einen Glauben und ein Gold oder ein Produktion. Und ich nehm jetzt aber mal Produktion in allen Städten, ähm, weil ich eh nicht auf Religion spiele. Und ... Ah ja, hier ist auch Sense. Ah, siehst du wohl. Äh, okay, der hat noch zwei Aufladungen. Oh, das ist ja richtig, richtig schön. Hier kenn ich noch, äh, aber ich geh da, wo der Reis ist natürlich. Der ist auch schon, ähm, im Besitz genommen da dieses Feld. So, Entschuldigung, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Äh, die, die Civilization-Spiele sind eigentlich immer erst nach zwei Addons wirklich so, wie sie gedacht waren, nämlich komplett, wirklich inhaltlich komplett. Und dadurch, dass Civilization hier auf der Konsole auch diese Addons schon hat, hab ich wirklich das Gefühl, es ist ein komplett vollwertiges Civilization. Es steuert sich natürlich ein bisschen anders, weil man Controller hat und nicht Maus. Aber es scheint mir wirklich inhaltlich ein komplettes zu sein. Und das ist wirklich super, weil es ist meines Erachtens das erste, ähm, Civilization für Konsole, was nicht anstinkt. Und ich hab's ja eingangs gesagt, das auf der Switch ist auch cool, aber da fehlen halt diese Addons. Ich glaub, die gibt's noch nicht. Aber auch das macht Spaß. Ähm ... Was mich hier ein bisschen wundert ist, warum sind hier keine Gegner? Vielleicht ... hab ich irgendwas falsch eingestellt? Nee, da ist schon mal ein Stadtstaat, oder? Ja. Das ist schon mal ein Stadtstaat. Weil hier links, also hier im Osten, im Westen natürlich, ist halt einfach überhaupt nix. Und hier hab ich auch noch nix gesehen. Das ist recht ungewöhnlich. Ah, Renéle schreibt auch, die gibt's mittlerweile. Gibt's die Addons schon für die Switch? Okay, dann muss ich mir das mal auf jeden Fall besorgen. Hm. Ich kauf die Spiele schon gar nicht mehr, bevor das zweite Addon nicht draußen ist, schreibt EFG1. Ja, das kann ich verstehen. Weil, wie gesagt, das Spiel ... Man merkt das, dass da richtig so, ähm ... sag ich mal, Löcher gelassen werden, die das Addon dann füllt. Und deswegen versteh ich das total, wenn man sagt, ich warte auf die Addons. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich immer schon so ein bisschen so einen Eindruck auch vom Spiel und kann gewisse Sachen lernen, bevor's zu komplex wird. Weil das Spiel wird natürlich mit den Addons auch immer noch ein bisschen komplexer. Und wenn man schon mal so das Grundverständnis mit sich mit dem Basisspiel erarbeitet hat, fällt's einem auch leichter, dann zu sehen, was das Addon noch anders macht. Und dann lernt man das so ein bisschen sanfter, finde ich. So, guck mal hier. Yay! Was hier auch passiert ist, in dieser Pergamentrolle meiner Geschichte, dass die Zeitalterpunkte vergeben werden. Und ich hab jetzt hier einen Zeitalterpunkt bekommen. Und am Ende des Zeitalters wird geguckt, wie viele Punkte ich habe. Und dann wird entschieden, ob ich ein goldenes Zeitalter habe oder ein dunkles Zeitalter oder neutral. Und dementsprechend bekomm ich dann eben auch Boni oder Malo, Malo, Malusse, Mali. Das ist ja lustig. Ich bin ja Mali, ne? Die Mehrzahl von Malus ist Mali. Und meine Nation heißt Mali. Das ist total lustig. Äh, okay. Weiter geht's. Das Basisspiel ist momentan bei 15 Euro bei Steam. Leute, ich kann's euch wirklich immer nur wieder sagen. Das ist gut investiertes Geld. Das lohnt sich richtig. Es lohnt sich einfach wirklich. Äh, so, jetzt hab ich hier meinen zweiten, ähm, Bauernhof gebaut auf dem Reisfeld. Jetzt würde ich als nächstes mal hier hingehen, denn ich hab ja gleich Bergbau. Und meine letzte Erweiterung spar ich mir dann, glaube ich, mal dafür auf. Dann kann ich noch ein bisschen mehr pumpen oder ich nehme das Reisfeld. Aber das müsste ich dann natürlich erstmal kaufen. Ähm, das kostet mich natürlich Geld, mich dahin zu erweitern. Oder was ist das? Das ist so eine, ähm, ein Luxusgut, was natürlich auch nicht schlecht ist. Könnte ich auch nehmen. Vielleicht nehmen wir hier die strategische Ressource Kupfer. So, okay. Und du kannst dir mal weiter auf Entdeckungstour gehen. Immer noch kein, eine andere Nation gesehen. Das ist ein bisschen ulkig. Ah, ich kann jetzt schon Panthenon-Glaubenssatz wählen. Äh, heilige Städte, Bezirke, nee. Diese Glaubensboni sind mir jetzt relativ egal. Wobei, meine Nation könnte man wahrscheinlich auch gut auf Religion spielen. Annehmlichkeiten und Plus-Wohnraum für Städte mit einem heilige Städte, Bezirk, nee. Produktion für Wunder ist natürlich dann irgendwann gegessen, dieser Bonus. Sobald Antike und Klassik vorbei sind. Ähm, guck mal, große Persönlichkeitspunkte durch heilige Städte, Campusgebäude mit Bibliotheken. Das ist eine Sache, die kann ich durchgehend nutzen. Das find ich immer ganz interessant. Produktion durch Sumpf, Oasen und Wüstenschwemmland. Das ist ganz interessant. Weil ich ja eh eine Nation hab, die so, äh, wüstenkompatibel ist. Und gerade dann so Wüstenschwemmland und Oasenfelder sind ja auch in Wüsten, sodass ich dann da tatsächlich siedeln könnte. Weil normalerweise sind Wüsten natürlich ein No-Go. Ähm, Produktion durch Fischerboote ist auch nicht schlecht, weil ich relativ viel Wasser hab und dadurch auch so maritime Ressourcen. Ähm, plus eins Nahrung, plus eins Produktion durch Lager. Solche Sachen find ich halt mega gut, weil die, ähm, durch alle Zeitalter funktionieren. Im Gegensatz zu nem Bonus, der vielleicht Antike und Klassik umfasst und dann ist der ja vorbei. Deswegen find ich das noch interessant. Ähm, Produktion und Glauben von, ne, dädädt. Glauben, Produktion für Militärnheiten, der Antike und Klassik. Das ist das, was ich grade sagte. Das ist natürlich danach dann auch vorbei, dieser Bonus. Ähm, Glaubensboni interessiert mich nicht so. Ihr erhaltet bei Auswahl einen Handwerker in eurer Hauptstadt. Das Stadtwachstum ist 10% höher. Das zum Beispiel find ich auch stark, weil so ein Handwerker am Anfang total wertvoll ist. Ähm, und 10% höheres Stadtwachstum ist auch gut. Grade bei einer Stadt, wo nicht so viel Nahrung ist. Oh, ihr erhaltet einen Siedler in eurer Hauptstadt. Die Grenzerweiterung geschieht 15 Prozent. Okay, das ist auch mega, dass ich direkt einen Siedler bekommen kann. Ähm, ich glaub, ich nehm den Siedler. Krieg ich den jetzt direkt? Mach mal den Siedler, das find ich gut. Ähm. Und wieder zwei Zeitalterpunkte, da hab ich auch bekommen. Wir haben als erstes, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich hab, ey, ich hab das Gefühl, ich hab hier keine KI-Gegner hier drin. Irgendwie kommt mir das hier echt komisch vor. Warte mal, ich muss, wo ist hier? Wer dran ist denn? Ah, ne, doch. Ich, okay, ich bin da auf dem achten Platz. Das heißt, es gibt auf jeden Fall, ähm, acht Nationen. Also hab ich hier einfach nur relativ viel Platz, ähm, zum Ausdehnen. Und direkt den ersten Siedler. Und ich hab hier auch noch keine Barbaren oder so entdeckt. Das ist echt nice. Guck mal, so jetzt werde ich natürlich jetzt erstmal in die fruchtbaren Gebiete hier im Norden gehen. Da links kann ich immer noch hin. Da ist grau. Ich hab hier noch keine Barbaren gesehen. Also normalerweise würde ich den Siedler nie im Leben alleine losschicken. Aber ich hab das Gefühl, ich geh erstmal nach oben. Weil wenn hier noch irgendwelche Leute sind, dann kann ich denen entgegensiedeln. Und hier links kommt ja offensichtlich erstmal keiner mehr hin. Das heißt, das ist meine Hintertür. Die bleibt mir sowieso. Ähm. Also ich riskiere es jetzt mal ohne militärische Begleitung. Das ist eigentlich natürlich ein No-Go. Warum nicht drüber reden? Ich zieh mal meinen Speer gleich zurück. Das ist aber gut. Äh, Handwerker und Siedler nicht bauen zu müssen. Was schreibst du? Hunde schauen zu uns auf. Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Also Tierzucht. Ach Mist, ich hatte Bergbau noch gar nicht erforscht. Das mach ich jetzt mal. Ähm. So, pass auf Leute. Dann. Äh. Ich will mal meinen Speer zurückziehen. Um dem Siedler ein bisschen entgegenzukommen. Und ich hoffe mal einfach wirklich. Ich hoffe einfach, dass jetzt hier keine Barbaren auftauchen. Und dann guck ich mal, wo ich siedel. Also, grundsätzlich ist es so, dass ich drei Felder beackern kann mit einer Stadt. Das heißt, in dem Fall jetzt, guck mal auf meine Hauptstadt. Ein Feld. Zwei Felder. Ist jetzt da, wo das Reis schon bewirtschaftet ist. Der Reis bewirtschaftet ist. Und das dritte Feld wäre da, wo der Siedler steht. Also da, bis dahin, wo der Siedler steht, kann meine Hauptstadt Niani bewirtschaften. Das heißt, wenn ich das komplett effizient und auch, sag ich mal, zukunftssicher gestalten möchte, dann würde ich jetzt die Stadt so bauen, dass sie sich nicht in die Quere kommt. Gerade im späteren Verlauf, wenn ich so Bezirke bauen muss, brauche ich ja auch Platz für die Bezirke. Sodass es schon wichtig ist, dass eine Stadt genug Raum hat auch. Auf der anderen Seite begrenze ich natürlich die Anzahl meiner Städte, wenn ich mir jedes Mal den Luxus gönne, jeder Stadt drei Felder in jede Richtung Luft zu geben. Das heißt, ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich das mache. Normalerweise würde ich jetzt mit dem Siedler noch irgendwie drei Felder gehen, so ungefähr, und dann erst da siedeln. Aber da habe ich ja auch schon wieder diese andere Stadt, Stadt, Fest, an die ich dann grenze. Sodass ich wahrscheinlich jetzt so einen Kompromiss mache und irgendwie jetzt noch zwei Felder nach oben gehe oder so. Na, da muss ich mal gucken, wo ich hingehe. Wasser ist hier nicht. Also im Idealfall bin ich irgendwie an einem Fluss da links. Gibt's noch einen Fluss? So, du kannst hier noch... Oh, ich habe doch noch keinen Bergbau. Nee, geht noch nicht. Du wartest dann einfach mal kurz hier. Der Bergbau ist ja relativ schnell. Das heißt, du kannst mal eben hier pennen gehen. Und sobald Bergbau ist, mache ich das. Guck mal hier rechts. Da ist auch Wüste, ne? Was natürlich jetzt mein Heini ganz gut ist. Da ist ein bisschen Dingsbums. Das ist was. Ich will mal mit meinem... Erstmal ein bisschen erkunden. Guck mal, da ist nämlich grün. Das ist ja See. Das heißt, da ist ja irgendwie auch Süßwasser. Aber da ist natürlich auch... Trau mich mal. Einen nach rechts. Es kann hier natürlich jederzeit passieren, dass hier irgendwie Barbaren sind. Und dann habe ich einen Riesenfehler gemacht. Weil die meinen Siedler einfach mobsen können. Normalerweise niemals einen Siedler ohne Geleitschutz losschicken. So, okay. Jetzt gehe ich mal mit meinem Schützen schnell dahin. Da ist so ein kleines Dorf. Das ist gut. Hier ist überall. Guck mal so eben, ne? Da ist nix los. Hier ist Wüste. Ist eigentlich nicht so richtig nice. Da ist kein Wasser. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Okay. So, und jetzt zeigt mir, wenn ich auf dem Siedler bin, dann werden mir hier mit Farben sozusagen... Dann wird mir so ein Leitfaden eingeblendet. Wo Wasser verfügbar ist. Ihr seht, das Rot sieht halt überhaupt nicht gut aus. Beziehungsweise da kann ich gar nicht siedeln. Und dann Grau ist neutral. Und Grün. Sattes Grün ist natürlich richtig gut. Da gibt's dann plus drei Annehmlich... Ne, plus drei Wohnraum gibt's dafür. Wohnraum limitiert, ja, mein Wachstum sozusagen. Meiner Bürger. Auch möglichst viel Wohnraum. Aber das sieht hier alles nicht so geil aus. Besonders hier in diesem Pampa-Gebiet hier. So richtig geil ist das nicht. Vielleicht geh ich nochmal hier so eher an die Küste ran. Dann muss ich mal ein bisschen die Felder abziehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Was meint ihr vielleicht hier so? Da ans Wasser ran. Eins, zwei, drei. Da hab ich ein bisschen Luft und hab gleichzeitig nach oben auch Luft. Wenn ich jetzt direkt Felder dann ausbaue. Könnte auch noch da noch gehen. Aber dann bin ich noch näher dran an Fess. Da hätte ich dann eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Doch ich könnte noch da... Was meint ihr? Sollen wir noch da oben gehen? Ist das gut? So, wir machen wir noch da oben. Ich muss eh in beide Richtungen. So, erst mal abbrechen und dann... Okay. Gehen wir nach da oben, wo jetzt der Speer ist. Ich will eh mich in allen Richtungen quasi breit machen. Von daher ist es egal. Am Anfang geht es mir immer darum, dass ich... Ich baue nochmal einen zweiten Schleuderschützen. Dass ich mich auch irgendwo festsetze, wo denn der Gegner keinen Wohnraum mehr hat. Also, es ist ja nicht nur so, dass man seine Städte für sich selber baut, sondern man muss ja auch gucken, wie blocke ich so ein bisschen meinen Gegner in seinem Wachstum. Und wenn ich jetzt hier im Westen total viel Raum habe, wo ich weiß, der Gegner kommt da nicht hin, dann wäre es ja dumm, wenn ich das hier sofort in Anspruch nehme. Sondern ich will natürlich erst mal hierher gehen, wo es natürlich zum einen schön satt und grün ist und zum anderen, da ist auch der Fluss übrigens, wo zum anderen vielleicht dann auch der Gegner Interesse hätte, hinzugehen. Und dann hole ich mir das als erstes und dann ist das natürlich auch entscheidend. So, wer hat mehr Wohnraum zur Verfügung? Bei dem wird hier nichts passieren. Das sieht mir hier ganz gut aus. Ich koppel die jetzt auch nicht mehr aneinander. Mal gucken. Okay, da ist tatsächlich ein Ozean. Scheint mir tatsächlich das Meer zu sein. Dann bin ich hier auf so einer kleinen Insel irgendwie. Das kann natürlich auch sein. So, mein Siedler, was hatte ich jetzt gesagt? Da hatte ich gesagt, gehe ich hin, oder? Eins, zwei, drei, ne? Eins, zwei, drei. Da habe ich noch die Ressource. Theoretisch. Eins, zwei. Ja, also zum Beispiel, ihr seht das, wenn ich da oben jetzt hingehe, dann wird dieses Reisfeld hier, kann von beiden genutzt werden, ne? Eins, zwei, drei. Da bin ich auf diesem Reisfeld. Wenn ich jetzt quasi hier siedle, eins, zwei, drei. So, das heißt, diese Ressource geht einer der beiden Städte verloren. Das meine ich damit, wenn man sehr nah aneinander dran ist, dann konkurriert man eben um dieselben Boni. So, wenn ich jetzt noch eins weiter nach oben gehen würde, dann käme ich da gar nicht mehr ran, dann würde das hier enden. Und das ist insofern ganz geil, weil dann ist das wirklich Grenze an Grenze. Es dauert natürlich echt lange, bis meine Stadt so erweitert ist, dass sie alle drei Felder für sich in Anspruch genommen hat, sodass das eher eine Überlegung fürs Late Game ist. Wenn ich so aggressiv spiele oder so, dass ich sage, okay, ich werde vielleicht eh nicht so lange mich im Late Game aufhalten, ist das vielleicht gar nicht so wichtig? Müsste man mal einen Experten fragen. Aber wenn ich jetzt hier siedle, dann konkurriere ich nicht so sehr mit meiner eigenen Stadt, aber ich gehe natürlich hier in Konkurrenz mit Fess. Dann hätte ich zwar die Banane da oben, könnte ich noch an die Banane rankommen, aber ich bin dann auch relativ schnell an der Grenze, müsste mich da sehr schnell erweitern. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte euch einmal ganz kurz meine Gedanken mitteilen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal nach da oben und werde da neben dem Stein, da werde ich jetzt mal siedeln. So, ähm. Nächste Runde. So, dann gucke ich mal eben kurz bei euch im Chat. Was schreibt ihr denn so? Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Wie lange dauert eine Partie denn circa? Fragt Laini Frost. Ja, das kommt wirklich darauf an, was du für Spieleinstellungen hast. Ich habe jetzt eine Standardkarte. Wenn du eine Minikarte nimmst, geht das natürlich dementsprechend schneller. Ähm. Und das kommt auch darauf an, wie du spielen willst. Um ehrlich zu sein, wenn ich total aggressiv spielen würde, dann, ähm, könnte ich mit meinem Militär die Gegner, glaube ich, relativ gut überrollen. Aber es macht ja auch Bock. Also, der Weg ist ja auch das Ziel. Sodass man ja nicht unbedingt sofort das Spiel beenden muss. Es geht nicht darum, finde ich, wie bei anderen Spielen zu sagen, okay, je schneller ich fertig bin, desto besser. Sondern, ähm, es macht ja auch irgendwie Bock. Das meinte ich mit dir, die Geschichte seines eigenen Volkes zu erzählen. So, es macht ja auch Spaß, das Volk wachsen zu sehen und ein paar Weltwunder zu bauen und so weiter. Sodass ich jetzt gar nicht immer das Bedürfnis habe, mega schnell zum Ende zu kommen. Ich ertappe mich dann bei Civilization oft, sodass ich, man weiß, ich habe schon gewonnen. Also, die KI ist dann leider auch ein bisschen beschränkt. Und man weiß, okay, mir passiert ja nichts mehr. Aber man hat ja dieses Volk so lang gebaut und hat dann vielleicht noch irgendwas in Produktion, ein Weltwunder oder so und will es einfach noch schön machen. Dass man nicht direkt zum Ende kommt. So geht es mir jedenfalls. Ähm, noch eine Sache. Diese Kreise hier, ne? Diese blauen Kreise. Die zeigen, ob ihr schon einen Bonus habt auf die Entwicklung einer Technologie. Also, bei Astrologie zum Beispiel habe ich noch keinen Bonus. Bei Bewässerung habe ich einen Bonus. Und ihr seht da unten auch immer, was man machen muss für so einen Bonus. In dem Fall baut eine Ressource ab. Das habe ich ja gemacht, dadurch, dass ich den Siedler bekommen hatte durch den, ähm, durch dieses Dorf, was ich da entdeckt habe. Sodass ich da jetzt schneller an diese Technologie rankomme. Es macht schon dann Sinn, die Sachen zuerst entwickeln, zu entwickeln, wo man einen Bonus hat. Weil bei den anderen kann man diesen Bonus sich natürlich noch holen. Und so spart man natürlich dann auch echt viel Zeit. So sieht das hier aus. Genau, für Bewässerung habe ich diesen Bonus schon. Und deswegen mache ich den auch. Hängende Gärten kann ich damit bauen. Und einen Sumpf trocken zu legen. Und Bananen kann ich damit quasi dann auch machen. Ich mache das jetzt einfach mal. Das Rad ist natürlich auch nicht schlecht. Hier unten kann ich schon einen Streitwagen bauen. Und eine Wassermühle auch. Aber ich mache jetzt erst mal Bewässerung. So, Forschung wählen. Zack. Weiter geht's. Am Anfang ist es noch relativ schnell. So, da ist meine neue Stadt. Die bauen wir jetzt mal. Ähm, Bapp, Stadt. Guck mal, jetzt hier. Da bekomme ich jetzt einen Bonus für die Technologie Segeln. Weil ich jetzt hier eine Stadt direkt an der Küste habe. Sehr gut. Und wenn ich eine Straße bauen will, ist das auch nicht mehr so wie früher, dass ich einen Arbeiter manuell dazu bewegen kann, eine Straße zu bauen, sondern ich muss einen Handelsweg zwischen diesen Städten errichten. Und dann wird die Karawane automatisch eine Straße bauen. Man kann im späteren Fall auch Militärpioniere, ähm, ausbilden. Mit denen kann man auch manuell Straßen ziehen. Aber da sind wir noch nicht. So, jetzt gucken wir mal eben, ob ich hier vielleicht ein Monument bauen könnte, damit meine Stadt schneller wächst. Oder ein Kornspeicher, da habe ich mehr Nahrung, was auch nicht schlecht ist. Dann wächst meine Stadt schneller. Oder ich kann natürlich sagen, ich baue noch mal einen Schleuderschützen, um meine Armee richtig aufzupumpen, bevor ich dann anfange, Bogenschützen zu, also das Bogenschießen auszubilden. Dann habe ich eine recht große Armee. Ähm, wenn der noch fertig ist und der fertig ist, dann habe ich drei Schleuderschützen, die ich upgrade. Dann habe ich drei, ähm, Bogenschützen. Das ist relativ wichtig zu Anfang. Gerade, wenn man dann auch Barbaren trifft und so, weil die können einen richtig nerven. Deswegen mache ich das jetzt erstmal, dass ich erstmal so eine Grundarmee habe, dass mich erstmal keiner nerven kann. Und diesen einen Keulenträger habe ich natürlich auch noch. Den benutze ich hier aber nur so zum Aufdecken der Karte. So, da ist nämlich auch noch, guck mal, da seht ihr schon das erste, ähm, Barbarendorf. Da. So. Und da kommt schon der erste Speer. So, und das Ding mit Speeren ist, oh, da ist schon auch einer, den versuche ich mal direkt mit zu schnappen, wobei, wenn er abhaut, ist, habe ich keine Chance. Äh, das Ding mit Speeren ist folgendes. Das ist ganz gut gemacht. Die laufen rum und wenn die eure Stadt entdecken, schlagen die Alarm und dann kommen die Truppen und versuchen die Stadt zu plündern. Das heißt, in dem Fall muss ich versuchen, den Speer platt zu machen, bevor er Bericht erstatten kann und seine Homies holt. Der hat natürlich aber eine viel bessere Bewegungs, äh, Reichweite als ich. Das ist ein Speer, der kann in erster Linie eben gut laufen. Deswegen ist es wichtig, dass ich mir den irgendwie schnappe, weil wenn der jetzt das, meine, meine Stadt findet und da jetzt seinen Leuten läuft und denen Bescheid sagt, dann kommen die halt einfach mit ihren Truppen und dann nervt, das kann wirklich nerven. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viele Truppen hat, deswegen baue ich jetzt am Anfang wirklich Schleuderschützen, ähm, um mich zu verteidigen, damit die nicht mich komplett nerven, weil du kannst ja dann keine Arbeiter mehr, wirklich, da geht's schon los, seht ihr? Und der ist natürlich auch jetzt stärker als ich, eigentlich. Guck mal, den krieg ich halt nicht, ne? Ich kann dem jetzt nur hinterherlaufen und dem versuchen, so ein bisschen den Weg abzuschneiden. Ähm. So, und jetzt, warte mal, stehe ich auf dem, ich stehe doch auf dem Hügel, oder? So, ich darf den zuerst angreifen, aber der ist grundsätzlich stärker als ich. Deswegen versuche ich ihm mal direkt ein bisschen was abzuziehen. Aber ich ziehe mir kaum was ab, seht ihr das? Guckt euch das mal an. Das ist echt ein bisschen, äh, unbefriedigend jetzt. Der kann mir ja gleich richtig wehtun, der Typ. Ich gebe mir mal jetzt einen mit, aber ihr seht das, das hat nicht viel gebracht. Also der ist mir überlegen, ich muss irgendwie gucken, dass ich abhaue. In zwei Runden kriege ich neun, ich werde mich dann zurückziehen Richtung Niani und versuche mit meinem zweiten Schleuderschützen dann, wenn der fertig ist, entgegenzugehen, sodass ich dann zu zweit gegen einen kämpfe. Aber ihr kriegt schon Eindruck, wie nervig die sein können. Die Barbaren. Weil der hat jetzt wirklich schon einen Sperrträger. Ja, der tut mir richtig weh, der Junge. Deswegen haue ich mal schnell ab. Guck mal, der ist komplett vernichtet einfach. Ähm. So, tschüss. Wir gucken mal, stattdessen hier mal weiter. Es ist immer noch kein, eine andere Nation in Sicht. Langsam begleicht mich das Gefühl, dass ich hier so relativ alleine bin auf dieser Landmasse. Was natürlich Jackpot ist, weil jetzt kann ich mich komplett nach meinen Bedürfnissen ausbreiten, muss auf niemanden Rücksicht nehmen, hab überhaupt gar keine Fronten, dadurch auch keine Konflikte. Ähm. Aber es ist natürlich auch ein bisschen langweilig. So, jetzt hab ich versucht, mein Plan war ja hier, dem Sperr den Weg abzuschneiden über diese Landzunge. Hab ich eigentlich auch hingekriegt. Aber es gibt ja noch eine zweite Landzunge, und das heißt, er kann hier so rüber laufen dann. Ich warte noch mal eben an der Stelle. Mal gucken, was jetzt der Sperrkämpfer macht. Da oben im Norden habe ich natürlich noch überhaupt nix. Tausende haben ohne Liebe gelebt. Was? Das ist natürlich nicht schön ohne Liebe. Ah, siehste. Genau das passiert, was ich gedacht hatte. Da kommt noch mal der Sperr hier, aber da oben ist schon der nächste Sperr. Also die kann man gar nicht alle platt machen. Dann machen wir erst mal den hier. Der ist natürlich im Wald. Es gibt einen Verteidigungsbonus für gewisse Terrain. Eigenarten, in dem Fall Wald und Hügel gibt dir Verteidigungsschutz. Wenn du einen Wald auf einem Hügel hast, hast du eine sehr starke Verteidigungsposition. So. Da ist der Fluss. Das ist gut, weil auch das, ich glaube, die perfekte Verteidigung, die man haben kann, ist ein Feld, was von Fluss umgeben ist, mit einem Hügel und einem Wald drauf. Weil dann kriege ich drei Boni. Zum einen muss der Angreifer den Fluss überqueren. Da kriegt er schon mal einen Malus. Und dann kriege ich einen Verteidigungsbonus auf den Wald und auf den Fluss. Und das sind so mikro-militärische Entscheidungen sozusagen. die die KI in aller Regel überhaupt nicht checkt. Also, dass ich gucke, wie positioniere ich meine Truppen. Jetzt in dem Fall, der ist halt hinterm Fluss. Das gibt ihm ein bisschen Schutz. Solche Sachen checkt die KI nicht. Und das ist dann ein bisschen traurig, weil es nicht wirklich herausfordernd ist, gegen die zu kämpfen. Ich habe immer das Gefühl, in der direkten militärischen Auseinandersetzung mit Truppen bei Civilization ist man es denen immer so haushoch überlegen, dass die eigentlich nur über die schiere Masse gewinnen können. Das ist immer ein bisschen schade. Ähm. So, jetzt könnte ich Bogenschießen schon machen, aber ihr seht, ich habe den Bonus noch nicht. Den Bonus bekomme ich erst, wenn ich mit einem Schleuderschützen eine Einheit besiege. Und ich glaube, ich kann das schaffen. Ich habe da unten zwei Schleuderschützen. Wenn der eine geheilt ist, werde ich mich auch noch ein bisschen offensiver gern Norden bewegen und dann kann ich mir diesen Bonus holen. Das heißt, ich warte noch. Außerdem, ähm, es wird perfekt hinpassen. Es dauert jetzt sieben Runden und in sieben Runden ist mein Schleuderschütze oben fertig. Und der wird dann automatisch, ähm, umgewandelt, die Produktion. Aber er müsste fertig werden. Aber wenn ich Bogenschießen erforscht habe, bevor der Schleuderschütze fertig ist, wird der automatisch zu einer Bogenschutz, äh, Bogenschutzeinheit gemacht und dann dauert die Produktion auch dementsprechend länger, weil der teurer ist. Ich warte jetzt aber nochmal kurz ab. Ich mach erst mal Steinmetzkunst, Segeln, hab ich auch schon erforscht. Dann könnte ich theoretisch meine, ähm, Ressourcen auf dem Wasser auch, ähm, fertigstellen. Ich mach jetzt mal das Rad. Und ich warte nochmal ganz kurz mit dem Bogen, weil ich eventuell noch einen bau. Mal gucken. Also, Kornspeicher, ja, Kornspeicher wär hier ganz gut. Aber ich kann auch die hängenden Gärten, zwei Wohnraum. Erhöht das Wachstum in allen Städten um 15 Prozent. Das ist natürlich auch geil, gerade wenn man das frühzeitig baut, die hängenden Gärten. Dann hab ich hier 15 Prozent mehr Wachstum in allen Städten. Das ist schon ganz geil. Ähm, und der Kornspeicher, also es kostet 24 Rund, aber das ist eigentlich nicht so schlecht, oder? Ähm, Wachstum direkt erhöht. Oder ich baue nochmal einen Handwerker zum Beispiel oder einen zweiten Siedler. Das sind auch Sachen, die mega wichtig sind. Soll ich mal einen Handwerker. Und könnte den dann nach Norden schicken. Dann könnte ich die Stadt da auch schon mal ein bisschen pushen. So. Okay. So. Der will sich da verpieseln. Das könnte ihm natürlich auch gelingen. Geh mal hier in den Wald rein. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie stellen. So, der wartet da. Und dem anderen, der andere, der soll mal sich heilen. gucken, ob das eine Landzunge ist, die irgendwo hinführt oder ob hier auch schon Sense ist. Gut. Ähm, zack. Ah, guck mal hier. Die hauen einfach nicht ab. Die sind leider nicht feige genug. Guck mal. Ja, guck mal. Sehr schön. Der versucht hier, die Speer daran zu hindern, meine Länder rein zu entdecken. Gleich, wenn da mein... Ah, guck mal, da ist der nächste Speer. Und der entdeckt jetzt mein Dorf und dann hab ich natürlich ein Problem, okay, hier ist Feierabend tatsächlich. Da, guck mal, da ist eine andere Landmasse. Ich schätze mal, naja, vielleicht ist die auch verbunden. Hier in diese Richtung. Man könnte natürlich sein, dass es, dass da komplett Wasser zwischenliegt. Man kann am Anfang die Einheiten nicht wassern. Ja, bei Civilization 4 war das noch so, man musste Boote bauen, in die man dann seine Truppen verschifft hat. Das fand ich eigentlich ganz naheliegend. Heutzutage ist es so, dass man jede Einheit einzeln wassern kann mit der richtigen Technologie. So, Gold durch alle Handelswege ist sehr attraktiv. Ich hab aber noch keinen Handelsweg. Deswegen lass ich das. Und von der Produktion für Marineeinheiten, das hab ich auch noch. Ich lass das mal so wie es ist. Ich kann diese Karten hier immer aktivieren und hab dadurch einen Bonus. Und je nachdem, welche Karten ich nehme, kann ich natürlich meine Zivilisation ein bisschen anders steuern. Es gibt hier verschiedene Regierungssysteme. Wir befinden uns hier grad noch im Stammesfürstentum. Das ist die erste Regierung, die ist natürlich sehr lame, wenig komplex. Und es kommen dann aber relativ schnell die ersten drei Regierungsformen in einem weiteren Zeitalter. Das ist klassische Republik, Autokratie und Oligarchie. Und lasst euch mal jetzt von den Begriffen nicht irritieren. Letztendlich geht es darum, wie wollt ihr spielen? Wenn ich die Republik nehme, dann hab ich zwei goldene Bonikarten, die ich ausspielen kann. Und das sind in der Regel Sachen, die meiner, äh, meinem Volk helfen, indem ich zum Beispiel mehr Geld bekomme für irgendwas. Habt ihr ja gerade schon gesehen, ne? Seht ihr hier, da sind diese goldenen Karten, Gold durch Handelswege oder hier Gold in der Hauptstadt oder eben Produktion in Städten. Alles, was irgendwie ein Bonus ist für meine Städte. Die roten Karten wiederum, das sind militärische Karten, die ermöglichen mir schneller ein Militär aufzubauen oder ein Boni zu bekommen in Kämpfen. Und je nachdem, wie ich spielen will, suche ich mir hier eine dieser Republiken aus. Bei Autokratie ist klar, das ist eine relativ kriegerische, ähm, Regierungsform. Da kann ich dann zwei Militärkarten ausspielen, aber dafür nur eine goldene. Und bei der Republik kann ich gar keine Militärkarte ausspielen. Das ist halt für Leute, die sagen, okay, ähm, ich will eben nicht kriegerisch gewinnen, sondern zumindest in der Phase jetzt, ähm, in diesem Zeitalter erstmal zusehen, dass ich mein Reich zur vollen Blüte bringe. Und das ist etwas, wo ich, also ich würde Republik wahrscheinlich nehmen, weil ich am Anfang, oder vielleicht auch Oligarchie, dann könnte ich zumindest die Boni gegen, ähm, Barbaren noch ausspielen, diese eine rote Karte. Aber am Anfang brauche ich, äh, das noch nicht. Ich werde erst militärisch, wenn ich Probleme kriege, mit irgendwelchen Nachbarn. Denn in aller Regel sind das die Nachbarn, die einem den Krieg erklären. Es war in der Vergangenheit bei Civilization immer so, eigentlich, was immer der gleiche Ablauf, zumindest in meinen Spielen. Ich hab, ähm, ein sehr schönes, ah ja, guck mal hier. Äh, hier kann ich jetzt schon schöne Sachen bauen. Äh, offene Grenzen, Vergeltungskrieg erklären, Kolonialisierung, Landvermessung, Limantinai, Modellisierkrieg, guck mal, da krieg ich auch wieder zwei. Ich mach mal das hier. Ich wollte es noch kurz zu Ende erzählen. Ähm, da war es immer so, du hast gesiedelt, dein Gegner hat sich von dir bedroht gefühlt, und egal, ob du komplett pazifistisch unterwegs warst, die haben dich erst denunziert, und dann haben sie dich angegriffen. So, und dann hast, dann haben sie irgendwie ihre Truppen vorbeigeschickt, und die waren aber nie stark genug, um einem wirklich zu gefährden, sodass ich die Truppen dann immer relativ schnell zurückgeschlagen hatte, und wenn das passiert ist, hat man ja ein Militär, auf dem man sitzt, und man ist sowieso im Kriegszustand. Da bin ich natürlich dann immer auch aus der Defensive in die Offensive gegangen und hab angefangen, seine Städte zu erobern. Und dann hat mir das jedes Mal den Ruf ruiniert. Dann war ich in der Welt geächtet, weil ich sozusagen einen Eroberungskrieg geführt habe. Und das hat die Welt nicht interessiert, dass ich mich nur verteidigt hab, und dann quasi die gegnerischen Städte erobert hab, ähm, obwohl der mir ja zuerst den Krieg erklärt hatte. Und das hat mich jedes Mal genervt, so, dass, ähm, mir das dann so ausgelegt wurde von der Welt. Und das ist hier mittlerweile ein bisschen anders. Es gibt nämlich so Groll-Währungen, sozusagen, und wenn sich eine Nation dir gegenüber mies verhält, dann sammelst du so einen Groll an, und diesen Groll wiederum kannst du in Offensivaktionen ausspielen, ohne dass das, dass die restlichen Länder dann pisst auf dich sind, ja? Also, wenn der mich eben angreift, dann kann ich durchaus auch meine Stadt erobern, und das kostet mich dann sozusagen Groll, ähm, den ich angesammelt hab, aber der sorgt dafür, dass eben die anderen Nationen mich nicht ächten. So, das find ich eine ganz gute Lösung, weil das hat mich jedes Mal genervt. So, das ist, so, weil das zieht mich dann so ein bisschen aus der Immersion raus, wenn ich das Gefühl hab, ich spiele sozusagen hier mein Volk und ich spiele eine alternative Weltgeschichte, und dann werd ich angegriffen und verteilge mich nur und erobere dann natürlich die Städte, um den zu schwächen, und trotzdem bin ich dann in der, äh, im Auge der Welt bin ich dann so der, der krasse Imperialist, der irgendwie alle Leute platt macht, so. Das fand ich immer ein bisschen nervig. So, äh, Dr. Drake Ramoray, zum Glück haben sie das angepasst, das neue System mit Groll ist klasse, geregelt, gefällt mir sehr, ja, ja, sehr schön, das gefällt mir nämlich auch, ähm, was schreibt ihr noch, ich guck ab und zu mal rein, klingt genau nach meinem Civ-Erlebnis, NJs, ja, klingt nach der USA, schreibt Zun, ja, ähm, was schreibt ihr noch, ja, gab es jemals eine gute KI, nee, so, äh, okay, guck mal, meine beiden, ähm, Schleuderschützen hier sind vollgeheilt und in zwei Runden bekomme ich noch einen dritten, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Offensive, mein Ziel ist es, dass ich, ähm, eine Einheit irgendwie versuche zu töten mit meinen Schleuderschützen, dass ich danach, guck mal, hier ist ein Hügel, ja, machen wir gleich, zwei Hügel hier, da und da, das ist eine ganz gute Position, hier, dann hätte ich beide Einheiten hier auf dem Hügel und mal gucken, ob sich dann hier jemand vorwagt und hier ist sogar noch ein dritter Hügel, das ist eine ziemlich gute Verteidigungslinie und eigentlich will ich nämlich da an das Dorf ran, was direkt neben dem barbaren Stützpunkt liegt. Manchmal dreht sich das Rad langsam, aber es dreht sich. Das ist richtig, kann ich bestätigen. So, jetzt gucke ich erst mal, mhm, oh ne, da hat sich noch keiner rausgetraut. Naja, jetzt warte ich noch kurz auf den dritten Schleuderschützen, dann ziehe ich den nach und dann gehe ich mit drei Schleuderschützen hier auf dieses barbaren Dorf und danach habe ich das Heureka für Bogenschießen, weil ich dann natürlich dann gegnerische Truppen besiegt habe mit der Schleudereinheit und dann erforsche ich Bogenschießen, dann kann ich die upgraden, dann habe ich drei Bogenschützen und dann bin ich relativ safe für den Anfang. Deswegen erforsche ich jetzt noch mal was, wo ich auf jeden Fall einen Heureka schon habe. Ich habe in dem Fall hier für Segeln Heureka, vier Runden, kommt ungefähr in, vielleicht, wenn ich das fertig habe. vielleicht habe ich dann sogar schon jemanden gekillt, dann kann ich Bogenschießen machen. Und so, was ist mit dem hier? Da sind jetzt die ganzen anderen Speereinheiten irgendwie jetzt außer Sichtweite, deswegen, ich gehe jetzt mal hier weiter lang. Okay, da ist der nächste Schleuderschütze. So, dann wage ich mich jetzt hier mal ein bisschen vor. Ja, da seht ihr ihn, Und, nee, du sollst einen nach vorne. So, ich bleibe jetzt hier stehen für den Moment, weil ich eigentlich möchte, dass er in die Offensive geht, weil dann habe ich den ersten Schuss, weil er, wenn er da jetzt steht, dann kann er eigentlich nicht direkt angreifen, meine ich, weil es gibt nämlich so eine Regel, wenn du neben einem Gegner stehst, dann, ich bin mir nicht sicher, ob er mich angreifen kann, von daher ehrlich gesagt, ob er zwei Felder ziehen kann oder nicht, egal, jedenfalls warte ich hier mal ganz kurz, verschanze mich mal eben. Du auch. Machen wir auf Nummer sicher, dein Grund hier zu hetzen. Und, ich baue mal in der Zeit einen Händler. Und den Händler können wir dann hier nach Miani schicken, dann habe ich schon mal eine erste Straße, das ist sehr gut. Wo ist mein Speer? So, bewegt er sich jetzt? Ja, guck mal, er bewegt sich, darf er mich angreifen? Ja doch, er darf mich angreifen. Aber, das ist im Prinzip sein Ende. Ähm, jetzt kann ich ihn natürlich im nächsten Schritt platt machen. und zwar jetzt fange ich nicht mit dem, ich kann mich hier sogar, äh, quasi schon, hab ich ein Upgrade bekommen, für, also ein, ein Erfahrungs-Upgrade. So, zack, bam, und die dürfen jetzt den Rest erledigen und damit habe ich jetzt das Heureka für Bogenschießen, weil ich eine Einheit platt gemacht habe. So, da seht ihr es, Heureka, euer Wissen über die Technologie Bogenschießen hat große Fortschritte gemacht, das heißt, ich kann jetzt, ähm, das gleich, also ich konnte es auch vorher schon erforschen, ihr habt es verstanden, aber ich habe halt eben jetzt diesen Bonus, der mir ermöglicht, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Ähm, das Einzige, was jetzt nervt, ist, dass aus diesem Dorf eventuell jetzt eine neue Einheit spammt, bevor ich sie einnehmen kann. Wenn ich jetzt ins Dorf reingehe, dann ist es weg und dann produziert die auch nichts mehr, aber es könnte theoretisch sein, dass jetzt in dieser Runde da eine Einheit spammt und dann muss ich die auch noch platt machen. Wir, äh, machen ganz kurz, äh, eine klitzelnde Werbeunterbrechung, gleich geht's hier weiter, das Tolle am rundenbasierten Spielen ist ja, ihr verpasst nichts, ne? So, bis gleich. Herzlich willkommen zurück, Civilization VI für die PlayStation 4 spielen wir hier heute. Ich freu mich sehr. Guckt mal, so sieht das aus. Gerade haben wir die feindliche Speerträger-Einheit platt gemacht, die dort hier aus diesem, warte, 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 Barbarendorf stammt und das wollen wir jetzt erobern, dieses Dorf. Mal gucken, ob da jetzt noch eine neue Einheit spawnt. Bevor wir da reingehen können. Ja, es ist tatsächlich geschehen, was ein bisschen nervig ist. Ähm, jetzt machen wir erstmal folgendes. Jetzt gehe ich erstmal mit der Einheit ein nach vorne. Okay, es ist nur die, ähm, Speer-Einheit für den Moment. Die hält uns nicht lange auf. Wenn er jetzt noch eine Speerträger-Einheit oder so gespawnt hat, wäre das ein bisschen unglücklich, weil ich hier auch diesen Heini hab, der ist noch nicht wieder bei 100%. Aber ich gehe trotzdem schon mal hier hin und dann ziehe ich den noch nach. Und oben kommt auch noch mein Speer, der natürlich nicht besonders viel Kampfkraft mitbringt, aber im Zweifel vielleicht mal dazu dienen könnte, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Da scheint mir auch Küste wieder zu sein. Das sieht man hier an diesen Felsen. Das ist eine Küstenlinie. Es scheint mir wirklich so, dass das relativ gerade runter geht. Dann geht es da nach links noch ein bisschen und dann verstärkt sich mir der Eindruck, dass ich alleine bin auf dieser Insel. Das hat Vor- und Nachteil. Auf der einen Seite werde ich hier komplett in Ruhe gelassen, kann hier alles mit Städten zu mauern, muss mich jetzt nicht um so viel andere Sachen kümmern, aber es begrenzt mein natürlichen Wachstum natürlich auch immens. Und die anderen werden wahrscheinlich auch Inseln haben, sodass ich wenn ich früher anfangen sollte, auch zu versuchen, von meiner Insel runter zu kommen. Müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Deswegen ist es gar nicht schlecht, dass ich Segeln erforscht habe, irgendwie, dass ich mal gucke, dass ich... Ah, ja, okay, da ist die nächste Kampfeinheit. Das habe ich befürchtet. Da kann ich jetzt zum Beispiel hier eine Galere bauen und damit kann ich schon mal ähm, küstennahe Gewässer erforschen. Ich komme damit nicht auf die offene See hinaus, aber ich kann schon mal meine Küsten abfahren. Okay, ähm, so, jetzt habe ich hier meine, ähm, Arbeitereinheit. Ich könnte natürlich jetzt wunderbar meine Hauptstadt, ich bin ja auch schon bei Stadtgröße 6, ähm, weiter ausbauen. Ich gucke mal eben, meine Stadt an. Hier sieht man so ein paar Informationen, die sind unzufrieden. Ich brauche Annehmlichkeiten. Das heißt, ich habe gerade einen Malus, minus 15 Prozent Bevölkerungswachstum, minus 5 Prozent, ähm, durch Nichtnahrungserträge, was nicht gut ist. Ich brauche also dringend mal ein Bevölkerungswachstum wird nur 5 Prozent. 7 Wohnraum für 6 Bürger. Ich muss dringend noch mal was machen. Also, ähm, ich könnte bauen, der würde es mir empfohlen, einen Kornspeicher oder hängende Gärten oder eine Modernisierung platzieren. Also, hier muss ich dringend mal was machen. Ähm, hier sieht man auch mal so ein bisschen meine Erträge. Und ich wollte eigentlich mal den anderen Bildschirm noch sehen. Den hier. Genau, hier sieht man, welche Kacheln von mir bewirtschaftet werden. Überall, wo so ein weißes Köpfchen ist, das sind die bewirtschafteten Felder. Und da seht ihr natürlich, dass durchaus auch Felder bewirtschaftet werden, die noch nicht modernisiert sind. Und das ist natürlich doof, weil da geht mir ja was flöten. Das heißt, ich müsste jetzt wirklich mal anfangen. Da könnte ich einen Bauernhof bauen, da würde ich noch ein bisschen mehr Nahrung bekommen. Und hier könnte ich die Luxusressource verbessern. Und ich könnte natürlich auch hier diesen Wal mal verbessern. vielleicht lasse ich dann tatsächlich mal meine Arbeiteeinheit hier in der Hauptstadt. Gehe die noch nicht nach oben. Weil die ist eh noch so klein. Und dann verbessere ich mal hier einmal den Bauernhof. Dann hier einmal eine Salzressource. Und zwar nicht die da. Die ist ja auf so einem Wüstenfeld oder was. Sondern diese hier, wo auch Nahrung zwei sind. Und dann Wahl werde ich noch machen. Die drei Felder werde ich quasi jetzt mal mit meinem Handwerker ausbilden. Oh, er rät mir sogar das da. Er rät mir das hier zu machen. Aber da habe ich nur da habe ich zwei. Aber ich kann auch hier auch einen Bauernhof machen meine ich oder nicht. Guck mal, das ist ein bisschen blöd, weil er sagt jetzt ich soll das und das ausbauen. Obwohl die beiden werden ja schon bewirtschaftet. Das finde ich jetzt irgendwie einen komischen Hinweis von der KI muss ich sagen. Weil eigentlich sollte er mir vielleicht raten, dass ich die ausbaue, die eh schon benutzt werden, um die besser zu machen. So, ähm. Du fängst mal an. Ah, okay. Der hat sich verpieselt. Guck mal. Das ist gar nicht schlecht. So, dann habe ich erst mal hier seine ähm, homebase kaputt gemacht. Der Typ, der macht erst mal ein Upgrade und zwar Fernkampfstärke gegen Landeinheiten als Bonus. und gleichzeitig dient das eben auch als Heilung, sodass ich jetzt wieder fast voll bin. Ich habe dadurch meine Bewegungspunkte leider aufgebraucht, aber er ist jetzt quasi wieder an einem Punkt, an dem er auch hier teilnehmen kann am Geschehen. Und du setzt dich mal dahin. Und der kann jetzt direkt mal auf den Keulenträger gehen. Der wird mir noch ein bisschen Schaden machen, aber grundsätzlich ist er auf verlorenen Posten hier gegen drei von meinen Schleudern. Ähm, und wir können jetzt mal anfangen, das Bogenschießen zu machen. So, jetzt kostet es nur noch. Guck mal, da seht ihr jetzt, was passiert ist. Ich habe den jetzt hier durchgelassen, dadurch, dass ich den so runtergezogen hatte. Habe ich hier die Landzone geöffnet. Vielleicht ist er auch von oben gekommen oder von da, von diesem Dorf. Und der hat jetzt hier meine Stadt entdeckt. Und der wird diese Nachricht weiterleiten und dann wird wahrscheinlich hier aus dem Westen demnächst auch nochmal ein Angriff kommen, sodass ich dann hier meine Schleuderschützen schnellstens, wenn ich da fertig bin, hier nach Westen ziehen muss, um diese Flanke zu sichern. Also den kann ich jetzt nicht aufhalten. Ich muss jetzt aber mal hier gucken, dass ich mal, ich baue jetzt mal die hängenden Gärten. Da kriege ich zwei Wohnraum für. Und das ist vor allem auch langfristig gut. So, und jetzt, das ist nämlich jetzt das Ding. Früher konnte man einfach Weltwunder bauen und die wurden dann einfach in die Stadt gesetzt. Und jetzt muss ich hier eine Kachel opfern für dieses Wunder. Und das ist wirklich gar nicht so leicht, weil ich muss total vorausplanen, denn man kann eine Vielzahl von Bezirken bauen. Und diese Bezirke haben alle unterschiedliche Boni gekoppelt an das Terrain. Es gibt zum Beispiel Bezirke, die haben Bonus, wenn sie neben einem Berg stehen oder wenn sie neben anderen Bezirken stehen. So. Ich muss jetzt schon überlegen, im Prinzip, wo stelle ich den Campus hin, wo stelle ich das Handelszentrum hin, damit die den größtmöglichen Bonus für mich bringen. Sodass ich jetzt schon überlegen muss, okay, wenn ich jetzt dieses Weltwunderbau, wo baue ich das am besten hin, wo es quasi mich am wenigsten beschränkt später, wenn ich diese Bezirke baue. So. Und das ist echt eine Erfahrungsgeschichte. Da muss man sich wirklich diese Boni eigentlich auswendig lernen oder sich einen Zettel machen oder so und das vorher genau planen. Wenn ich jetzt zu Hause wäre, dann würde ich vielleicht mir jetzt hier zehn Minuten Zeit lassen und mir das überlegen oder so. Aber jetzt mit euch zusammen reicht mir das, wenn ich euch sage, dass ich das weiß und jetzt vielleicht eine Entscheidung treffe, die nicht unbedingt die klügste ist. Aber ich mache das trotzdem. Ich baue das Weltwunder nicht direkt an mein Stadtzentrum ran, weil das eh schon hier drei Bonusressourcen hat. Und es gibt Bezirke, die kriegen einen Bonus, wenn sie neben dem Stadtzentrum stehen. Sodass ich im Prinzip eh nur noch, da baue ich jetzt eine Modernisierung, nur noch diese beiden Felder im Prinzip habe. Ähm, hier kann ich nicht bauen, weil da sind die Ressourcen drauf. Das heißt, ich muss hier irgendwo hin, ähm, wo ich mir ein Feld kaufen muss für 60 Euro. Ich könnte zum Beispiel hier rauf gehen. Das ist das Schwemmland. Das ist, glaube ich, Schwemmland. Das ist eigentlich ganz geil, wenn man da auch einen Bauernhof baut, weil da gibt's, glaube ich, auch einen Bonus auf einem Schwemmland. Was ist das? Achso, das ist auch irgendwie Schwemmland. Das ist alles Schwemmland. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, aber ich mach das jetzt mal da oben. Ich geh da, hier geh ich jetzt hin. Da baue ich jetzt das Wunder. Muss jetzt immer vorankommen. Ähm, da hab ich mir natürlich ein bisschen Schwemmland jetzt gemopst, ne? Was immer echt gut ist so für, äh, Erträge. Aber dadurch, dass hier, hier überall Schwemmland ist, mach ich das jetzt mal. Und muss jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen sein, aber ich wollte das jetzt irgendwo hinsetzen, was nicht direkt neben dem Stadtzentrum ist. Ja, und ich hab jetzt 60 Euro dafür bezahlt. In der Tat. Weil ich hab's ja. Okay. Ich gucke jetzt mal weiter. Gucken, ob's hier überhaupt nochmal eine Verbindung gibt. Wahrscheinlich nicht. Ähm. So. Du baust mal hier. Ich mein, der, kann der Speer eigentlich meine... Kann der Speer meine Handwerker-Einheit klauen? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich riskiere das mal nicht. Ich bin mir grad nicht mehr sicher, ob das geht. Ich hau mal lieber ab und mach das woanders zuerst. Ich geh erst mal in die Stadt rein. Sicher, sicher. Und dann machen wir das erst mal zum Ball. Okay, ähm. Dann geh mal da hin. Zack. Du gibst ihm nochmal ein bisschen Zunder. Sehr schön. Und du machst mal den platt. Ja, kann er. Okay, danke für die Info. Ähm. Ach, ich kann an den Sumpf noch gar keinen Bauernhof bauen, weil ich den noch nicht trockenlegen kann. Okay, das macht Sinn. Und der beeindruckt mich gar nicht mehr, weil er so gut wie tot ist. Deswegen ziehe ich meinen Speer da auch hin. Und dann nehme ich mir als nächstes da unten das Dorf. Mal gucken, was ich da für einen Bonus bekomme. Und dann geht der Speer hier oben nochmal links hin und meine Truppen gehen dann zurück hier, um meine Hauptstadt zu schützen. Oh, der hat überlebt. So, jetzt habe ich diese gerade 30% Produktion für Handwerker. Das ist eigentlich ganz gut, wenn ich anfange Handwerker zu bauen. Das mache ich jetzt aber noch nicht unmittelbar, weil da oben habe ich noch den Händler und unten das Weltwunder, sodass ich jetzt das noch nicht mache. Und da muss ich irgendwann auch nochmal einen Siedler bauen. So, okay, du machst erst mal den platt. Tschüss. Sehr gut. Und wieder ein Teureka. Dann kommst du schon bis zum Dorf? Nee, kommst du nicht. Aber hier dürfte ja nichts mehr sein. Du machst erst mal dein Upgrade. Und zwar machst du auch Fernkampf gegen Landeinheiten. So. Sehr gut. Und du gehst mal schnellstens in die Hauptstadt. da wird es als nächstes Ärger geben. Okay. Und ich kann jetzt hier wieder einen Ausrichtungsbaum öffnen. Machen wir mal das hier. Höchstreich. Oh, Mist. Warte mal. So wollte ich das nicht. Oh, oh. Okay, er haut ab. Er haut ab und will Bericht erstatten. Hat kein Interesse, meinen Handwerker zu verfolgen. Das ist gut. Du gehst auch mal zurück zur Hauptstadt. Kann er gerne sagen, ey, ich habe eine Stadt gefunden. Da sind keine militärischen Einheiten stellt sich raus. Das ist natürlich Quatsch. Weil jetzt kommt meine gesamte Armee und passt auf, dass da nichts passiert. So, und du gehst direkt mal ins Dorf. Was gibt es hier Schönes? 40 Euro. Gold. Gold Euro. Ähm. Ja, und dann gehst du gleich wieder nach da oben und guckst mal, was da noch ist. Oh, das ging aber schnell. Also da sind auch noch die anderen Speer. Guck mal, jetzt hat der den anderen Speer noch geholt. Mögen die Mächte des Bösen verwirrt sein, während ein Pfeil sich seinem Ziel nähert. So ist es. Jetzt habe ich Bogenschießen freigeschaltet. Oh, guck mal hier. Was ist denn das für ein seltsames, mysteriöses Gewürz da? Immer so neue Ressourcen. Okay, ich habe natürlich einen Bonus jetzt auf Kampf gegen Barbaren und ich bin auf dem Hügel im Wald und er nicht und mal gucken. Vorteil gegen Barbaren. Ja, ich knapp sie ihm ein bisschen mehr ab, aber er hat plus drei, weil er auf einem idealen Gelände ist. Ich mache das trotzdem. Um mich ein bisschen zu provozieren in der Hoffnung, dass er sich dann dazu verleiten lässt, mich anzugreifen. Dann bekomme ich nämlich den Terrain-Bonus. Ähm, so, da baue ich meine Fische und du gehst mal in diese Richtung hier und checkst noch mal bitte, was da oben los ist. Und jetzt habe ich Bogen, äh, schießen aktiviert, also erforscht. Jetzt kann ich gleich, sobald die in meinem, ähm, in meinen Grenzen sind, kann ich die upgraden. Und jetzt denken diese beiden, die können's, guck mal, die können's gar nicht glauben, er hat seinen Kumpel geholt und die so, ey, ich hab eine Stadt gefunden, für die ist voll super, aber sie haben gar keine Truppen. Was, was glaub ich, das guck ich mir an. Da kommt der auch. Ja, was, du hast ja recht, Wahnsinn, wir holen sofort unsere Schurkenfreunde und bis die Schurkenfreunde da sind, sind meine Truppen aber hier und geupgradet zu Bogenschützen und dann denken die so, Alter, was haben die Speer mir für ne Scheiße erzählt. Die kriegen so was von kein Abendessen heute. Ähm, so wird das halt sein, einfach, ich sag's euch. So, Bronzeverarbeitung können wir jetzt mal machen. Und weiter geht's. Ah, siehste, er greift mich an. Hahaha, dummer Typ. Ich hab natürlich mega den Bonus da auf dem Hügel im Wald und den Bonus gegen Barbaren. Was mich jetzt aber wiederum nervt ist, hahaha, jetzt greif ich den an, dann bin ich auf dem Feld und dann muss ich mich aber eh zurückziehen, weil dieser, ähm, Schleuderschütze mich dann natürlich total platt macht. Und ich kann jetzt auch nicht da warten und campen, weil dann geht der Schleuderschütze gleich da in den Wald rein und von da aus beschießt er mich dann und dann, ähm, hab ich auch ein Problem. Und der Typ wird mir wahrscheinlich nicht den Gefallen tun, mich anzugreifen. Warte mal. Ja, ich kann aber auch schon wieder. Ich probier mal was. Ich hoffe, dass er so dumm ist und mich angreift. Ich nutze meinen Zug. Ah, Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe. Das ist natürlich auch jetzt super. Ähm. Das ist super. Das mach ich jetzt mal. Und jetzt soll der mich gerne mal angreifen. In der Hoffnung, dass er mich angreift, dann stirbt er. Dann muss er einen Weg auf mich zumachen. entweder da, da kann nicht feuern und dann kann ich von hier aus ihn angreifen. Mal gucken, ob er mir den Gefallen tut und sich nicht, hoffentlich nicht zurückzieht. So, ähm, Fischis habe ich hier gebaut. Sehe ich das richtig? Ja, die Fischis habe ich gebaut. Da sind die Fischerboote. Und dann gehe ich jetzt mal, ja, jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass die Barbaren jetzt nicht so schnell sind und mich jetzt hier direkt holen. äh, ich fange mal das Salz. Also jetzt ein ziemlich riskanter Move von mir. So, geh ich es einfach mal mit auf das Salz da drauf. Ich kann die jetzt noch koppeln. Guck mal hier, ich kann die so. Jetzt habe ich die aneinander gekoppelt. Jetzt habe ich sozusagen einen Geleitschutz für meine, kriege ich sogar eine Trophäe für, einen Geleitschutz für meine Schleudereinheit. mal, dass die nicht mehr einfach so hilflos ist. Okay. So, die ziehen nach. Das ist gut. Und da muss ich demnächst mich auch mal wieder um neue Siedler kümmern. Oh ja, der ist aber toll. Okay, der hat sich zurückgezogen, der andere. Das war ein bisschen zu erwarten. Oder hat er mich angegriffen? Nee. Warte mal. Das sieht nicht so aus. Jetzt kann ich aber den hier angreifen. Und den schon die Hälfte abziehen, was gut ist. Sehr schön. Der macht ja nämlich auch nicht mehr so. Ah, seht ihr? Alter Schwede, ging das schnell. Da ist jetzt schon die erste Reitereinheit. Ähm. Okay, ich gehe jetzt mal hier rein. Und zack. Da habe ich meinen ersten Bogenschützen. Und das war aber auch bitter nötig. Denn ich habe hier keine Stadtmauern. Ich kann mich nicht verteidigen. Und er kann komplett jetzt ähm, auch meine Verbesserung kaputt machen. Dann gehe ich mal Kann ich mich noch upgraden, wenn ich jetzt eingehe? Ja. Was ist das eigentlich? Was möchte ich das denn? 60. Zack. Und du gehst nach da. Äh, Handwerker, du wartest mal eine Runde. Okay. So, ihr seht das, ne? Das war allerhöchste Eisenbahn, weil da jetzt kommen schon die Kumpels hier. Und jetzt mit meinen Bogenschützen. Aber habe ich eine ganz gute Verteidigung. Stadtmauern sind immer sehr sinnvoll, weil dann habe ich die Möglichkeit, zu bombardieren aus der Stadt heraus. Das ist immer sehr schön. Da habe ich ein Radius von, ich glaube, zwei Feldern später. Am Anfang, glaube ich, ein oder zwei. Zu Anfang weiß ich nicht mehr genau. Oh, der hat sich komplett durchgeheilt. Das ist nervig. Oh. Oh. So, wenn das jetzt noch der Schleuderschütze gewesen wäre, dann hätte ich tatsächlich mehr Probleme gehabt. So, den kriege ich jetzt komplett platt. Das mache ich jetzt auch. Jetzt habe ich natürlich relativ viel Health verloren, aber der andere hier ist nicht so stark und ich werde mich da verschanzen in dem Gebiet, im Wald und er muss mich angreifen und dadurch bekomme ich den Verteidigungsbonus. Und dann werde ich das wahrscheinlich überleben. Und wenn nicht, muss ich mich zurückziehen. Muss ich mal gucken. Okay, also. Nächste Geschichte. Du gradest dich ab. Direkt wieder ein Heureka bekommen. Und jetzt kann ich hier erstmal aus der Sicherheit der Stadt Einheiten wechseln. Aus der Sicherheit Na. Leute. Leute. Aus der Sicherheit der Stadt, den ihr einmal schon mal beschießen. Und den Rest gibt ihm jetzt der andere Bogenschütze. Und zwar du machst du jetzt mal den Rest. Da. Bum. Zack. Tschüss. Und der Reiter ist weg. So, da seht ihr das. Und er hat nicht mal meinen Korn hier geplündert. Also das war vom Timing her ziemlich ideal. Ähm. Achso, der ist vor Bögen aufgebaut. Ich warte jetzt mal mit dem Arbeiter kurz noch. Weil mir das zu gefährlich ist. Du wartest noch mal ne Runde. Ohne Geleitschutz gehen wir grad nicht, wenn die Barbaren aktiviert sind. und dann muss ich irgendwann nach Westen und dieses Dorf da auslöschen. Weil die kommen natürlich sonst ständig wieder und nerven. So. Was? Ach, da unten gab's Ärger. Wie sieht's aus? Ja, knappe Kiste. Knappe Kiste. Ähm. Er würde mich nächste Runde platt machen, wahrscheinlich. Ähm. Tundra, Wälder. Ich geh mal einen nach hier. Kann er mich da angreifen? Ich glaub nicht. Ist das hier Wald? Hügel. Ja, okay. Das ist ein Hügel. Das heißt, er kommt nicht nach da in einem Zug. Weil er am Hügel quasi Bewegungspunkte verbraucht. Und jetzt geh ich mal nach hier. Da hab ich nämlich Wald und Hügel. Noch bessere Verteidigungsbonus. Und da werde ich versucht dann, oh, guck mal, das ist schon der Nächste hier. Seht ihr das? Archibald. Ähm. Machen wir mal gucken. Kann ich hier über die Stadt schießen? Ja. Oh, sehr schön. Allerhöchste Eisenbahn war das. Dass wir hier unsere Truppen geupgradet haben. Sehr gut. Jetzt kommst du und gibst ihm mal den Rest. Sehr, sehr gut. Sehr schön. So, den hab ich nicht verbraucht. Deswegen gehen die jetzt mal zusammen. Ne, zusammen hab ich gesagt. Solltest du auch hin, bitte. Ich hab euch doch gekoppelt. Wir lassen den Handwerker natürlich nicht alleine. Sehr schön. Aber hier ist jetzt auch grad niemand. Und dann bauen wir da als nächstes Mal die Luxusressource. Ja, du guckst doof, ne? Da hast du gedacht. Holst du deine Boys und jetzt sind die alle tot. So läuft das manchmal im Leben. Was passiert hier? Das ist auch nochmal interessant. Der wird wahrscheinlich einen nach vorne gehen. Genau, aber kann mich nicht angreifen. Oh, eine Naturkatastrophe. Auch das ist neu. Flüsse können überschwemmt werden. Man kann da aber Staudämme bauen, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Und man hat dann so Schwemmland, was natürlich sehr fruchtbar ist, aber was durchaus auch sehr zerstörerisch sein kann. So, jetzt probiere ich mal was. Und zwar werde ich mich jetzt in dieser Runde heilen. beziehungsweise bis zur Heilung verschanzen. Und hoffe, dass ich genug mich heile und dass er mich nicht platt macht. Ich müsste eigentlich hinhauen gerade so, weil er, wie gesagt, er muss auf Hügel, er muss auf Wald und er muss auf meinen Bonus gegen Barbaren und das müsste eigentlich hinhauen, wenn ich mich jetzt einmal heile. So, weiter geht's. Guck mal hier. Zack, Einheiten wechseln. Ähm, na, warte mal, das Pferd ist die größere Bedrohung. Fangen wir erstmal hier an, ob wir das Pferd mit den beiden platt kriegen. Mal gucken, ob das reicht. Ja, sehr schön. Der Team ist weg und jetzt kann ich den, ähm, Speer von hier unter Beschuss nehmen. Tschüss. Ah, das ist doch schön. Sehr gut. Und hier werde ich dann jetzt diese Modernisierung bauen. Sehr schön. Das ist prima. Dann gucken wir mal unsere Stadt an, wie's der jetzt so geht. Guck mal, jetzt sind sie glücklich. Wir haben drei Annehmlichkeiten und ich hab keinen Malus mehr. Ich hab einen Nahrungsüberschuss. Hier sieht man das auch sehr schön. 19 Nahrung pro Runde ist das, was ich erwirtschafte. 12 werden, äh, ja, sozusagen verbraucht und, äh, 12,5 Nahrung brauch ich fürs Wachstum. Das heißt, der Überschuss muss dann irgendwie, ähm, ja, sozusagen dafür herhalten. Also Nahrungswachstum pro Runde hab ich plus 7. Annehmlichkeiten Wachstumsbonus plus 10. Durch meine Annehmlichkeiten, okay. Der Boni hab ich nicht. Das sieht deutlich besser aus als eben. Aber ich brauch auch Wohnraum, ne. Den krieg ich aber auch gleich durch mein Weltwunder. Wenn ich hoffentlich das fertig bekomme, lässt es nerviger an Weltwunder. Man muss der Erste sein. Und wenn jemand anders jetzt dieses Weltwunder vor mir gebaut hat, dann, äh, kann ich das nicht mehr zu Ende bauen. Dann muss ich dann quasi was anderes bauen. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Sehr schön. So, den da oben, naja, komm mal ruhig ein bisschen zu mir runter. Dann muss ich nicht so weit zu dir hochlaufen. Den will ich natürlich auch noch Platz machen. Bronze ist der Spiegel der Form. Wein ist der Spiegel. So, das ist gut. Du, genau das hast du gebaut. Und, da auf dem Schwemmland kannst du noch nicht bauen. Da brauch ich nämlich, ähm, warte mal. Die Baumbewässerung. Oh, warte mal. Doch, warte mal. Bewässerung. Kann ich das nicht wegkommen? Und da. Ermöglicht es, Sumpf trocken zu legen und Bananen zu herren zum Beispiel. Genau. Das heißt, ich kann da jetzt tatsächlich ein Bauernhof schon bauen. Müsste eigentlich gehen. Da, wo der Sumpf war. Ähm, und als nächstes, ich hab jetzt keinen unmittelbaren Heureka mehr. Ich mach jetzt mal Schrift, dann kann ich demnächst auch, ähm, den Campus bauen und mir, ähm, ja, diesen Bezirk sozusagen errichten. So. Dann, machen wir das mal so. Ich weiß jetzt, das muss ich auch noch mal rauskriegen, ihr seid doch gekoppelt, oder nicht? Wieso hat ihr denn nicht gekoppelt? Jetzt muss ich mal gucken, da hab ich jetzt ja drei in diesem Sumpf. Wenn ich da einen Bauernhof baue, ob ich da überhaupt noch so viel dazu bekomme, das weiß ich grad gar nicht. Ähm, warte mal, du gehst mal einen nach vorne und schießt mal direkt hier auf den Speer. Zack. Komm, 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 schön, vom anderen Ende des Ufers. Du gehst, das dauert leider, bis du da bist. Dann gehst du erst mal ein nach da. Mal gucken, was der Speer macht. Und ihr wartet dort. Ah ja, ah ja, guck mal hier. Er ist jetzt auch auf frisches Land getroffen. Da geht's noch ein bisschen wieder nach Westen. Mal gucken, da wird wahrscheinlich auch bald wieder Sense sein. Und du hast überlebt, dass es gut ist. Er ist um mich rumgelaufen, aber hat mich nicht angegriffen. Und jetzt komme ich langsam an den Punkt da heilig so durch und das ist für ihn so teuer, mich da anzugreifen, dass ich das eigentlich jetzt überleben sollte. Ach, guck mal, siehst du, der wird jetzt auch noch von den anderen da platt gemacht. Ja. Der ist verloren. Weiß nicht, ob der über Wasser kann. Oh, 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 oh. Schaut euch das mal an. Guck mal. So, dann nehme ich immer den zuerst unter Beschuss. Und du gehst nach da. Darf jetzt nicht mehr schießen und seine Verbindungspunkte aufgebaut. Aber das ist halt so. Kann ich von da? Nee, treffe ich nicht. Ich setze mal hier mit dem Fluss. Nichts mehr machen. Aber dann ist der demnächst auch weg. Ähm. Der wird doch nicht meinen Handelsweg plündern, oder? Oh, ich hoffe, er macht es nicht. Ich riskiere das jetzt mal. in andere Städte. Nee, nee, nee. Du machst jetzt mal einen Handelsweg. Und zwar machst du natürlich einen mit meiner Hauptstadt. Und ihr seht das. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Wenn er jetzt direkt... Ich warte eine Runde damit. Das ist mir zu gefährlich. Eine Runde warte ich. Wenn ich jetzt... Der kann den nämlich plündern. Und dann habe ich ein Problem. Ah, noch ein neues Dorf. Hallo, Leute. Ich bin's. Der Verkünder der Zivilisation der Mali-Nesen. Okay. Ja, guck mal. Hier ist richtig Action jetzt, ne? Ich habe euch doch gesagt, die Barbaren-Nerven-Einmach-Muster definitiv aufpassen. So, du kannst jetzt mal einen Handwerker bauen. Ähm. So. Ja. Guck mal, die beschützen da. Gar kein Problem. So, jetzt Handwerker zieht. Genau, jetzt wollte ich mal gucken, wenn ich da jetzt... Warte, da kann ich doch noch keinen Bauernhof bauen. Aber ich kann auch den Sumpf trockenlegen. Muss ich den erst trockenlegen? Entfernt Sumpf von diesem Gelände. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wie viel habe ich dann... Wie viele Nahrungspunkte habe ich, wenn er den Sumpf wegmacht? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Wie viel... Wie viel... ...doch woanders hin? Ähm... Erstmal schieße ich den hier um. Der Schleuderschütze, der kann aus der Position, wo er sich gerade befindet, eh nichts machen. Deswegen mache ich erst mal den Nahkämpfer hier platt, weil der ist die größere Bedrohung für den Moment. Sehr schön, du machst den platt. Tschüss. Und der Händler darf jetzt endlich seinen Weg in meine Hauptstadt antreten. Da gibt es jetzt einen kleinen Bonus auch. Der Handelsweg bringt mir natürlich was. In der Regel mache ich die Handelswege immer zu anderen Staaten und Städten weil es da viel mehr Gold gibt. Aber mir ist jetzt auch wichtig, erstmal hier eine Straße zusammenzuziehen. Okay. Zurück zum Handwerker. Der kann nämlich sich noch bewegen. Müsste eigentlich gehen. Koppel ich den mal. Ähm... So, und ich kann ihm jetzt das zweite Luxusgut holen. Damit könnte ich dann handeln. Aber ich habe ja noch gar niemanden getroffen. Deswegen baue ich damit erstmal jetzt... Wieso? Warte mal. Wieso kann ich denn nicht? Wieso denn null Fortbewegung? So, ich dachte... Komisch. Warte, ich kann mich nicht bewegen. Kann ich nicht. Ah, wer bist denn du? Guck mal. Königin Hedwig von Großpolen. Hallo. Hallo. Es ist eine Ära, euch kennenzulernen. Und ihr könnt gerne mir jemanden vorbeischicken. Okay. Ah ja. Und ich habe einen Bonus bekommen von den Bewohnern. Seht ihr? Das ist nämlich eine andere Landmasse und das ist Krakau. Herzlich willkommen im Spiel Polen. Da haben wir doch die ersten getroffen. Oh, die haben da eine Schildkröte mir gemopst. Da werde ich mich auch gerne angesiedelt. Das ist natürlich... Hier werde ich dann auch irgendwo hingehen. Sobald die einen Siedler haben und Schifffahrt, können die natürlich easy auch hier, wenn das nicht Ozeanfelder sind, weiß ich nicht, auch hier übersiedeln zu mir, sodass ich auch Interesse habe, hier irgendwie zuzumachen. Hier passen auf jeden Fall zwei Städte hin. Noch einer hier, so einer da, so irgendwie. Sehr schön. Haben wir also... Oh, jetzt endlich die ersten getroffen. Ach, du hast ein Geschenk. Ja, dann komm mal vorbei. Geschenke sind immer gern gesehen. So, der heilt sich da immer weiter. Und da kommen die Nächsten, die eine Abreibung wollen. Ist der so lustig. Die hören einfach nicht auf, ne? Einer nach dem anderen kommen sie, weil sie glauben, hier gibt es was zu holen. Aber es kehrt natürlich auch niemand zurück. Wisst ihr, wie das ist? Es kehrt niemand zurück, um den Barbaren-Kollegen zu sagen, ey, Leute, kommt ihr besser nicht hin. Das ist echt gefährlich. Und die denken sich, ey, die sind schon so lange weg. Ich wette mit euch. Die sind in diese Stadt gegangen und feiern da jetzt Orgien und besaufen sich und sind sie gestrunken. Weil da war ja niemand, der das verteidigen konnte. Wir wollen da jetzt auch mitfeiern. Und einer nach dem anderen kommt ihr her und einer nach dem anderen stirbt. Weil sie es einfach leider falsch verstanden haben. So, auf Wiedersehen. Und mein Handwerker geht dann jetzt mal da. Obwohl jetzt kann ich gleich mit denen handeln. Pass auf. Dann mach ich doch mal das hier. Jetzt hab ich die Polen getroffen. Und dann bauen wir doch mal hier das Dingsbums. Und ich krieg dafür sogar ein Heureka. Dann guck ich gleich mal, ob ich mit den Polen da wissen, was ausdehnen kann. So, der ist weg. Oh, man braucht auch wirklich diese drei Bogenschützen. Man braucht sie wirklich, ne? Wenn ich die nicht hätte, das ist die barbarische Bedrohung ist nicht zu unterschätzen. Ich brauche langsam mal wieder einen neuen Siedler. Niani, wenn das fertig ist, dann brauchst du mal Siedler. zu schreiben bedeutet zu teilen. Jetzt kann ich auch einen Campus errichten. Es ist ein Teil des menschlich Luxus, wie zum Beispiel Klimaanlagen wie das römische Reich. So, Politik ändern. Jetzt könnte ich mal gucken. Mh. 100% Produktion für Marineeinanden, Antik und Klassik, Loyalität pro Runde ist noch nicht so wichtig. Ne, ich lass das nochmal mit dem Barbaren. So, jetzt könnte ich aber zum Beispiel sagen, plus zwei Gold durch alle Handelswege. Ich hab ja erst einen. Ich könnte sagen, 50 Produktion für Siedler. Das ist das, was mich tatsächlich interessiert als nächstes. Und ich produziere ja gerade einen Handwerker. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange ich bis zum nächsten Regierungswechsel brauche, weil ich kann die Dinger immer nur kostenlos wechseln. Wenn ich eine, auch eine Regierungs, einen Regierungsbonus erforscht hab, dann darf ich das immer kostenlos hier ändern. Die Frage ist, wie lange brauche ich bis zum nächsten? Ich glaube, aber das könnte ich schaffen. Da mach ich jetzt mal, geh ich jetzt mal auf Handwerker und danach gehe ich auf Siedler, damit ich noch ein paar neue Siedler baue. Denn ich habe gerade einen Handwerker an Produktion da oben. Dann geht es dementsprechend ein bisschen schneller und wir ballern jetzt mal den hier weg. Tschüss. Das wird ja noch überleben, aber der da oben macht den Rest. Tschüss. Du heilst dich einmal durch. Ich bin theoretisch auch mal jemand da über diese andere Landzone gekommen. Ich darf auch noch nicht hier irgendwie großartig anlanden. Dann gehen wir da weiter. und jetzt kann ich noch mal eben gucken, ob ich mit den Polen was handeln kann. Kann ich schon was handeln? Guck mal, ich kann die hier denunzieren und einen Überraschungskrieg erklären und dann generiere ich halt diesen Groll. In dem Fall jetzt, wenn ich Überraschungskrieg mache, 150 Groll und das ist genau, was ich euch eingangs sagte. Das ist ja quasi diese neue Währung, die so ein bisschen dafür sorgt, dass man auch nicht zu sehr geächtet wird, wenn man einen Verteidigungskrieg führt. So, ich kann jetzt aber leider nicht wirklich mit denen irgendwas machen. Abkommen aushandeln. Mein Angebot. Ich kann denen jetzt ein Salz geben und kann die dann mal fragen, was sie mir dafür geben würde. Guck mal hier, sie wird mir fünf Gold für 30 Runden, also 30 Runden geht das Abkommen, solange liefere ich das Salz und sie würde mir für das fünf Gold geben. Das ist in Ordnung für mich und zwei Gold bekomme ich auch, das heißt, ich bekomme jetzt pro Runde fünf Gold mehr, dafür, dass ich ihr sozusagen dieses Salz gebe und wenn ich das jetzt mal umrechne, klar, ich stärke meinen Gegner natürlich dadurch auch ein bisschen, aber im Grunde genommen ist dadurch dieses Feld, was ich da gerade verbessert habe, das da, quasi dann wieder fünf Gold wert, sozusagen, die ich dadurch einnehme. Also es ist immer wichtig, dass man auch richtig handelt. Und wenn ihr jetzt nicht in der Lage seid zu handeln, weil euch die Ressourcen fehlen oder weil ihr noch nicht genug Völker entdeckt habt, dann habt ihr eigentlich nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und das ist Werbung. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir zocken ein Rundes Civilization für die Playstation in diesem Fall und ich sehe gerade im Chat von Frank Camps die Frage, ist Game auf Konsole genauso mächtig wie auf PC? Meine Antwort dazu bislang, ja, absolut. Mein Eindruck ist, es ist ein vollwertiges Civilization ohne irgendwelche Kompromisse und Abstriche. Von daher, Junge, es lohnt sich. Weiter geht's. Also wir haben ja gerade hier so ein bisschen die Bedrohung aus dem Westen hier abgefedert. So langsam, wenn unsere Bogenschützen die Möglichkeit bekommen, sich mal anständig zu erholen, werde ich auch in die Offensive gehen und dieses Barbarencamp dort auseinanderpflücken, damit der Strom an neuen feindlichen Einheiten langsam mal abreißt. So, was brauchen wir denn noch? Steinmetz-Kunst, finde ich, denn wir haben ja da auch ein Heureka drauf. Das ist dieser kleine blaue, dieser Strich, der den Kreis da so ein bisschen ausfüllt, der blaue, das ist der Heureka-Bonus und deswegen machen wir das auf Währung haben wir auch schon den Heureka durch den Handelsweg. So, dann, wie lange dauert denn eigentlich? Ach, hier, guck mal, sieben Runden für Militärtradition, das ist super und Mystic, sieben, pass auf, als nächstes entwickeln wir jetzt Militärtradition, das sind sieben Runden und danach wechsle ich meine Karte auf Siedlerproduktion und dann werde ich in beiden Städten Siedler produzieren. So, ach, guck mal hier, das ist gut, ich kann mir einen Gouverneur machen, die haben verschiedene Eigenschaften, die kann ich in Städten ansiedeln und ihr seht das immer hier in diesem Text, was sie machen können. Ich werde aber jetzt mal anfangen mit der Armani, weil die kann ich super als Stadtstaaten Abgesandte nehmen und da fungiert sie als zwei Gesandte und dann kann ich schneller diesen Stadt zu meiner, zu meinem Verbündeten Staat machen und bekomme dann Boni von dem. Deswegen, ich nehme jetzt mal diese Nennen, ja, bitte. und du gehst mal hier nach Fäse. Zack. Und ich kann mir mal angucken, ich kann mir diesen Stadtstaat mal angucken hier. Der hat nämlich einen Wissenschaftsbonus. Ihr seht das. Ab einem Gesandten Wissenschaft in meiner Hauptstadt plus zwei. Das ist relativ mächtig und wenn ich dann irgendwann genug Gesandte habe, dann bekommen, also ist das sozusagen auch mein Verbündeter und bei drei Gesandten kriege ich plus zwei Wissenschaften auch in jeder Bibliothek. Bringt mir nix, weil ich noch keinen Campus habe und die Bibliothek baut man im Campus und der Campus selbst ist ja ein Bezirk und ab sechs Gesandte bekomme ich sogar noch zwei Wissenschaften in jeder Universität dazu. Von daher, das ist schon ganz gut. So, baut einen Regierungsplatz. Es gibt immer Quests. Das seht ihr an diesem kleinen Ausrufezeichen, was da links neben der Stadt steht in dieser kleinen Sprachbubble. Und da sind immer verschiedene Gesuche, die sie einem stellen und wenn ich die erfülle, bekomme ich einen Bonus zur Beziehung zu diesem Stadtstaat und in dem Fall wollen die, dass ich einen Regierungsplatz baue. Das mache ich jetzt aber erstmal nicht. Was zum Beispiel manchmal praktisch ist, ist ein Handelsweg oder so. Ja, da kann man den einfach einen Handelsweg machen und profitiert man sowieso von und man bekommt den Bonus. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Genau. Ja, heilt euch mal so ein bisschen durch. Hier habe ich auch noch bei diesem Bogenschützen einen Upgrade, was ich machen kann. Und da nehme ich mal Fernkampfstärke gegen Landeinheiten. Ihr seht das, es gibt so einen kleinen Baum und ganz unten sind immer sehr mächtige Boni. Zum Beispiel Schießkunstexperte bedeutet, ich kann einen zusätzlichen Angriff ausführen, wenn ich mich nicht bewege. Wenn ich die dann an einer guten Position geparkt habe sozusagen, dann kann ich zweimal pro Runde angreifen. Das ist zum Beispiel bei Belagerung von Stetten sehr wichtig. Kann ich zweimal schießen und die Dinger kann ich ja auch immer upgraden. Also die werden dann irgendwann, wenn es mal Maschinengewehr schützen sein, wenn die so lange leben. Und die sammeln natürlich dann im Laufe der Zeit diese Upgrades, sodass es am Ende können diese frühen Einheiten theoretisch unglaublich mächtig sein. Also sehr wichtig für euch und sehr schützenswert. So, denn du heilst dich auch nochmal durch und dann mache ich gleich folgendes. Ich gehe mit zwei Einheiten von hier unten und mit der oberen Einheit komme ich von der anderen Seite und dann nehme ich das mal hier richtig schön, kessel ich die mal hier richtig schön ein. Dann stellt sich eine Einheit hier auf den Berg und daraus kann die da hinschießen. Die andere Einheit geht hier nach vorne und die dritte von hier und dann ist das auch relativ schnell erledigt. Nehme ich mal an, je nachdem, was da noch so rumloggt. Ich habe die meisten ja wahrscheinlich schon platt gemacht, aber ich will jetzt zumindest, dass einmal alle durchgeheilt sind. Hier ist ja auch noch einer. Was geht eigentlich bei dir? Der ist auch bald fertig. So, okay, du gehst schon mal vor. Du bist ja schon durchgeheilt. Du ziehst mal nach. Ach, da komme ich gar nicht durch. Da ist der Berg. Okay, da muss ich mal gucken. Wassern kann ich ja noch nicht, glaube ich. Die Einheit. Da komme ich gar nicht durch. Guck mal, es gibt dann tatsächlich nur diesen einen, die Einlandzunge. Da versperrt der Weg, äh, der Berg den Weg. Guck mal, das ist natürlich dann eine andere Situation. So, jetzt passiert gerade erstmal wieder nicht so viel. Der kann gleich mal wieder losmarschieren. Oh, guck mal. Kommen doch schon wieder noch zwei neue. Das ändert natürlich alles. Du musst dann eh bitte mal wieder da hin. Und dann. Hm, wie mache ich das denn? Erstmal hier auf das Pferd. Und, äh, mir ist es immer lieber, ja, der lebt, glaube ich, danach noch. Ne, der ist doch. Mir ist es immer lieber, meine Feuerpower auf eine Einheit zu konzentrieren und die dann möglichst auszuschalten, als jetzt zwei Einheiten zu schwächen einfach nur. Aber wir nehmen lieber eine komplett aus dem Spiel. So, okay, guck mal, der ist jetzt hier komplett durchgeeilt. Dann gehen wir nochmal im Schutz des Waldes. Kämpfen wir uns weiter vor. Mal schauen, da muss ja auch noch irgendwo ein Dorf sein. Ach, guck mal, warte mal, habe ich das übersehen? Oh, das hole ich mir als erstes. Dann werde ich nochmal den Rückweg antreten und da in dieses Dorf gehen. Da kriege ich wieder irgendeinen Bonus. So, währenddessen hat meine Karawane hier die Straße fertiggestellt. Die beiden sind jetzt auch miteinander verbunden. Was insbesondere dann wichtig ist, wenn ich Truppen hin und her bewege. Also, wenn jetzt auf einmal aus dem Norden jemand käme, dann könnte ich natürlich durch diese Straße wesentlich schneller im Ziel sein. So, ich will jetzt hier nochmal eben das da holen. Kommt schon wieder so viele Einheiten. Okay, dann mache ich aber erstmal Warte mal, wenn ich die nach da bewege, dann habe ich ja, darf ich da nochmal feuern? Nee, weil es Sumpf ist, ne? Naja, schade. Okay, dann muss heißt, ich muss von hier feuern oder gar nicht. Und dann mache ich das mal so. Und du machst mal den Rest. Man kann diese Kämpfe auch so einstellen, dass sie ohne Animation ablaufen. Dann ist es natürlich deutlich schneller. Aber irgendwie finde ich das lustig. Mir macht das Spaß, das noch mir mit anzugucken. Also zumindest, wenn man noch nicht so viele Einheiten hat und irgendwie tausend Schlachten schlägt. Mir ist das irgendwie ganz lustig, ganz lustig, sich das nochmal mit anzugucken. Gut, also du hast an dieser Stelle hier alles entdeckt. Du könntest nochmal Wassern geht ja leider nicht, ne? Wenn ich ihn Wassern könnte, könnte ich schon mal auf eine andere Insel gehen. Könnte es eigentlich auch nochmal hier runter und hier nochmal gucken. Habe ich hier... Das habe ich noch nicht hundertprozentig aufgedeckt, oder? Aber ist eigentlich fast egal. Kannst du hier vorbeigehen und dann gehst du weiter nach Süden. Mal gucken, was da noch zu holen ist. So. Und wir gehen hier mal langsam in die Offensive. Noch drei Runden, bis die hängenden Gärten fertig sind. Alter, die pumpen aber auch ohne Ende Truppen. Oh, die Antike endet. Ah, guck mal hier. Fast ist gerade jetzt mein Sozeren. Ich bin der Sozeren des Stadtstaates. Dafür bekomme ich auch wieder zwei Zeitalterpunkte. Und... Wir alle Schnitzenstein stellen sollen auf. Das ist gut. Aber ich habe echt ein Problem. Was heißt... Also, und zwar... Von drei... Also von 25... Zeitalterpunkte hätte ich benötigt für... Ein goldenes Zeitalter. Ich habe jetzt 13. Das sieht man ganz unten rechts unter dem... Dieser Wissenschafts... Fiole da. 13 von 25. Ich weiß, wie ist das... Ich glaube, es ist ein normales Zeitalter. Ich meine, ich müsste 25 haben für ein goldenes... Das werde ich nicht mehr schaffen. Aber... In zwei Runden ist meine... Meine hängenden Gärten fertig. Und in drei Runden mein Handwerker. Und dann gehen wir mal auf Siedler. Und dann wollen wir ein paar Städte pumpen. Und gleichzeitig wollen wir hier auch natürlich hier so ein bisschen den Feind bekämpfen. So, wir fangen an. Du machst mal den ersten Schuss. Du machst den dann mal platt. Und... Nummer drei. Du kommst dann mal einen nach vorne. Und wir können wieder was erforschen. Dafür nehmen wir mal die Währung. Da haben wir ein Heureka. Und Geld ist außerdem immer gut. So, ich versuche noch mal reinzugucken, was ihr so ein bisschen im Chat schreibt. Hier, guck mal, nette Erich. Du schreibst doch irgendwas inhaltlich Wichtiges. Für mich war die Produktion... Oh was, ich werde angegriffen. Ach so, ja, das ist natürlich der Coilenträger, der im Mute der Verzweiflung versucht, ehrenvoll zu sterben. Für mich war die Produktion das Wichtigste. Mit Geld konnte man nicht alles kaufen. Produktion konnte man aber in alles umwandeln und eben die Stack Funktion. Ach so, das war bei Civ IV, ne? Hab zu Beginn von Civ VI sogar von meinem ersten Spiel erstmal ein paar Stunden die Ingame-Wiki durchstöbert und mir diese Taktik rausgesucht. Ja, das... Es gibt so Civ-Spieler, die, ähm... wirklich sich da so reinfuchsen, dass sie da eben mathematisch das Spiel auf die Art und Weise spielen und auch verstehen, dass es natürlich dann ein ganz anderes Niveau ist als das, was ich hier mache. Kann immer nur wieder betonen, für mich ist so ein bisschen die Geschichte die ich da so erzähle, irgendwie steht da so im Vordergrund und nicht immer nur was das effizienteste sozusagen ist. Deswegen bin ich auch nur so bedingt online oder generell so kompetitiv-tauglich, was Civ angeht. Macht's einfach Spaß, ein bisschen mir vorzustellen, das ist hier mein Volk. So, okay. Guck mal, da ist der Heini. und du. Wir machen das... Na komm, du gehst nochmal nach da. Der andere kann eh nicht mehr laufen. So. Ich kann jetzt schon auf den schießen, aber ich bin natürlich hier echt angeschlagen. Also ich muss aufpassen, wenn der Typ mich angreift, dann wird's echt ein bisschen eng. Dann muss ich auf die Einheit ein bisschen acht geben, dass ich die jetzt nicht verliere. Das war ein bisschen wagemutig. Ich wollte einfach mal auf den Hügel rauf, um ein bisschen mir einen Überblick zu verschaffen. Ja, aber jetzt nicht... Ich muss aufpassen, dass der Typ mich nicht platt macht. Guck mal. Was war das denn? Okay, das war ein selten dommer Move. Das war einfach nur mal, um mich zu beeindrucken. Das sind die hängenden Gärten. Unser erstes Weltwunder. Und dafür gibt's auch eine Inspiration. Das ist das Pendant zum Heureka für die Technologie sozusagen. Und Dichtung und Drama hat jetzt hier große Fortschritte gemacht. So, und jetzt kann ich die Politik ändern. Und das mache ich jetzt auch. Der Handwerker ist fast fertig. Und jetzt nehmen wir die Siedlerkarte. Bababam, genau. Und jetzt versuche ich mal, mein Reich ein bisschen zu vergrößern. Das ist mit zwei Städten relativ kümmerlich noch. Okay, du bleibst da mal stehen und heil. Ich setz dich mal. Der ist mir jetzt mal egal da. Erst mal der Speer. Und dich ziehe ich mal nach. Okay, du kannst dich da heilen. Das ist gut. Und als nächstes kümmern wir uns mal. Ach, hier bei der Mystik. Da bekomme ich einen Abgesandten. Ne, da bekomme ich einen Abgesandten. Ähm, das ist... Was war das für ein Weltkongress? Ne, warte mal. Das ist ein Abgesandter, oder? Egal. Warte mal, ich werde es gleich sehen. Jedenfalls kann man sich so Abgesandte verdienen und die kann ich in Stadtstaaten packen. Und, ähm, das ist eben wichtig, um die Boni der Stadtstaaten abzugreifen beziehungsweise deren, äh, so zerrehen zu werden. Okay, hängende Gärten. Jetzt wollen wir mal wirklich schnell mal zusehen, dass wir ein paar Siedler bauen. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. Da rechts irgendwo noch einen und dann da vielleicht kriegt er sogar zwei noch unter zwei Städte. Oder vielleicht schaffe ich auch nur eine Stadt. Müssen wir mal gucken. Eins, zwei, drei. Okay, wat? Achso. Das war diese Stadt. Das Dorf, was ich haben wollte. Und da habe ich noch diesen herrenlosen Speer im Eis gefunden. Okay, dann mache ich dich nochmal platt. Was? Der hat überlebt? Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn das für ein sehres Kerlchen? Ah ja, der hat sein Dorf verlassen. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Jetzt kann ich ihn, weil man kann nicht, nee, Gott, kann ich ihn gar nicht beschießen von da. Aber er müsste schießen können. Ja. Was meine ich? Das sind eigentlich so, also es ist so ein unsinniger Move jetzt von der KI im Grunde, weil ich bin komplett in der Reichweite, kann auf ihn schießen. Er kann eigentlich nichts machen. Er geht da jetzt hin. Also warum geht er da jetzt hin? Also, was ist sein Plan? Was ist sein Endgame? Ich verstehe es nicht. Das ist so. Ich kann jetzt ein bisschen offensiver spielen. Er wird mich dann jetzt angreifen, wenn ich jetzt mit ihm einen nach vorne gehe. Dann wird er mich natürlich jetzt angreifen können. Ist ja klar. Und mir auch Schaden zufügen. Aber das ist mir egal, weil ich werde es überleben und dann kann ich jetzt den hier einmal nachziehen und ich will ja jetzt auch sein Dorf da mal platt machen. Und sonst spawnen da immer neue Einheiten. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen offensiver zu Werke. So, und du möchtest auch mal einen Siedler bauen, bitte. Und dann fängst du jetzt mal an, auch mal hier deine Umgebung zu verbessern. Guck mal, ich habe hier drei Ressourcen. Ähm, Schaf. Fangen wir mal an mit dem Schaf. Und zwei Steine. Zack. Oh, das haben wir schon mal hier. Und ein Bonus auf Reiterei. So, du wartest einfach mal eine Runde. Oh, ich habe jetzt 18 von 25. Schon bei den Zeitaltern. Ich weiß nicht, vielleicht Schafi ist ja doch noch irgendwie im Endspurt, da irgendwas zu erreichen. So, der wird mich jetzt angreifen. Nehme ich mal stark an. Oder? Doch nicht. Er geht zurück nach Hause. Jetzt kommt schon das neue Zeitalter. Klassik. Ähm. Ja, den werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr kriegen, den Typ. Aber der ist mir jetzt auch egal, weil ich bin eh schon da vorne im Vormarsch. Den jage ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt lieber nochmal in diese Richtung gucken. Und das jetzt nochmal zu Ende erforschen. so, ähm. Warte mal, kann ich? Du schießt auf jeden Fall mal, ne? Du könntest sogar schießen. Ja, er könnte sogar schießen. Aber, das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt schon mal einen nach vorne, denn ich will im nächsten Schritt, ach, ich kann sogar jetzt sogar noch schießen. Ich dachte, er verbraucht beide Bewegungspunkte. aber so ist es nicht mal. So, wenn da jetzt niemand mehr spawnen, dann kann ich in der nächsten Runde den platt machen. Und dann ist diese Gefahr auch gebannt. Ich weiß natürlich nicht, ob hier noch irgendwo was ist. Mal gucken. So, du hast da diese Weide gemacht. Dann wollen wir nochmal einen so einen Stein auf jeden Fall machen. Und dann gucke ich mal, brauche ich einen Bauernhof oder mache ich noch einen Stein? Gucken wir uns gleich mal die Stadt an. Was bewirtschaftet die denn so? Gucken wir mal diesen Wald da. Zwei Produktion und zwei Nahrung. Okay. Jetzt natürlich auch unser Schaf. Drei Produktion, äh, zwei Produktion, drei Nahrung. Und das da, weil es drei Nahrung gibt. Ähm. Ja, deswegen Bauernhof würde dann natürlich helfen. Oder ich kaufe mir hier, obwohl da gibt es Krabbe, gibt es drei Gold, das ist jetzt nicht so wichtig, aber das ist noch eine Schildkröte. Ja, ich glaube, ich mache trotzdem erst mal, da kriege ich zwar nur Produktion, da bin ich eigentlich nur auf dem gleichen Stand, glaube ich, da bin ich für den Steinbruch nur eine Produktion dazu, dann wäre ich auf dem gleichen Stand wie dieses Feld mit dem Wald einfach nur. Naja. Egal. So, jetzt, da sieht man's. Ähm, ich bin in einem normalen Zeitalter. Ähm, und zum Glück nicht in einem dunklen. Und das bedeutet im Fall, dass jeder meiner Bürger einen Loyalitätsdruck pro Runde ausübt. Ähm, dieses Loyalitätsding ist ziemlich tricky, weil meine Stadt hat so eine Art, also alle, äh, Länder üben Loyalitätsdruck aus und es kann sein, wenn ich jetzt expandiere und ich gerate in den Loyalitätsradius einer anderen Nation, dass dann zum Beispiel 20 Loyalitätspunkte pro Runde auf meine Stadt einwirken. Und wenn ich die nicht kompensieren kann, und das kann ich bei einer neuen Stadt schwerlich, weil ich da noch keine Gebäude hab und so, dann kann das sein, dass meine Stadt rebelliert. Ja, dann, dann sind die unzufrieden und werden abtrünnig und dann könnte es sein, dass die sich der anderen Zivilisation anschließen. Erstmal wird das zu einer Revolution, zu einer freien Stadt, dann, ähm, ist die mir erstmal feindlich gesinnt und theoretisch kann die dann auch von einer anderen Nation übernommen werden. Deswegen ist das ein bisschen schwierig mit dem Expandieren in Gebiete, die eigentlich auch schon anderen Nationen vorbehalten sind. So, jetzt darf ich mir hier eine Widmung aussuchen und ich gehe eher so auf Forschung. Ähm, ich könnte ja noch Monument, ja, zwei, eins halt ab, wenn ihr einen neuen Spezialbezirk baut, ist auch ein bisschen wenig. Äh, das ist auch nicht schlecht, das ist das gleiche wie freie Forschung, nur in bezogen auf diese kulturellen Sachen, ja, auf diese rosanen, ähm, Dinge und ja, das ist eher so für Leute, die auf Religion spielen, das mache ich jetzt aber nicht. Nehmen wir jetzt mal freie Forschung. Habe ich zwei? Nee, einen. Okay. So. Und ihr seht das unten rechts. 33 ist jetzt das nächste Ziel, was ich erreichen muss. Okay. Dann nächste Runde. Da oben kommt mein Speer. Wollen wir mal gucken, ob die jetzt noch einen neuen Krieger da ausbilden. Da ist der nächste Speer, der wird's auch nicht überleben. Ups, Mist, in drei Bogenschützen reingerannt. Tja, so sieht das aus, wenn man hier aufpasst. Hier ist auf jeden Fall auch irgendwas Böses noch, denn da kamen ja die Truppen von her. So, ähm, ja, tschüss, würde ich mal sagen. Und du machst den Rest und der dritte nimmt dann das Dorf ein. Der kann ihm jedenfalls niemanden mehr von der Existenz meiner Stadt berichten. So. und dafür gibt's drei Zeitalterpunkte dafür, dass ich die Barbaren platt gemacht hab. Interessant. Sind wir schon auf 21. Da gibt's ja auch diese Silbervorkommen, ne? Das ist Wüste, das ist insofern gar nicht schlecht, weil ich ja ein wüstenaffines Volk durchaus hab. Wenn ich da diesen Bonus noch genommen hätte auf Wüstenschwemmland und so, dann wär das noch krasser und auf Oase. Ich hatte ja die Wahl bei meinem Panthenon, ob ich da auch einen Bonus auf Oase nehme. Das hätte ich hier halt echt gut gebrauchen können, aber mir war der Siedler zu Beginn wichtiger. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. So, und jetzt schauen wir mal, was mach ich denn jetzt? So ein bisschen gleich mal, guck mal, wo ich siedle. Ich hab ja offensichtlich eh das den ganzen Kontinent für mich. So, Steinbruch. Ja, es ist, wie ich gesagt hab, ich hab tatsächlich nur eine Produktion dazu bekommen, was jetzt gar nicht so krass ist. Ich schau mal, ob ich da vielleicht einen Bauernhof bauen kann. da ist auch Schwemmland, das ist natürlich auch sehr fruchtbar. Aber ich, diese Stadt braucht mal irgendwas mit Nahrung jetzt. So. Jetzt ist es schon ein bisschen friedlicher. Neue Barbarendörfer können natürlich auch jederzeit irgendwo entstehen. Das ist ein bisschen nervig, dass, wenn du dann, wenn man irgendwo einen Siedler hinschickt, wo man dachte, okay, ich hab da jetzt schon aufgeräumt, dann kann da trotzdem dann auch noch ein neues Barbarendorf entstanden sein, in der jetzt Zwischenzeit ist es dann, gleich so ungefährlich. So, ich will jetzt aber nicht alle meine Bogenschützen nach da unten schicken, sondern ich möchte auch noch ein bisschen was für alle Fälle hier im Norden haben, weil ich will auch gleich mal gucken, wo ich das nächste Dorf baue. Und deswegen, ich schicke jetzt mal einen nach da oben. und mit dem Speer gucke ich dann gleich mal, wo ich mich ansiedeln werde. Okay, okay, er will, dass ich da, will er, dass ich eine Mine baue, weil es ja auch ein Hügel. Da bietet er mir einen Bauernhof an und Schwemmland habe ich noch nicht erobert. Das könnte mir natürlich jetzt dieses Feld irgendwie kaufen oder so, aber das mache ich nicht. Mal gucken, was, sehe ich das gar nicht. Da zwei, okay, da könnte ich auf drei kommen. Ähm, okay, das haben wir uns jetzt hier auch angeguckt. Sehr schön. Da ist Feierabend. Dann machen wir das mal so, du bleibst mal hier und wartest mal eben ab. Ich kann dich sogar upgraden. Das mache ich mal in der Zeit. Schnellere Vorbildungen in Wald und Regenwald oder auf Hügelgelände. Ja, mache ich jetzt im Hügelgelände. Und das da oben werde ich auch besiedeln, aber die erste Stadt kommt erst mal hier hin. Und die zweite kommt da oben hin, glaube ich mal. So machen wir das. Dies in sieben Runden und die in neun Runden. Da muss ich mal gucken, dass ich da mit Krakau irgendwie ins Gehege komme. So, dann wird da eine und da eine. Wahrscheinlich reduziere ich mich dann auf eine Stadt. Also ich könnte auch irgendwie zwei rein quetschen. Oder 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ach, da kriege ich auch zwei hin. Komm, ich mache da zwei Städte hin. Was soll das? Und dann theoretisch könnte ich hier auch zwei machen, wenn ich mich ganz eng dränge. 1, 2, 3. 1, 2, nee, die eine kommt hier irgendwo hin. Da vielleicht. Da ist noch ein bisschen Wasser. 2. Da habe ich auch noch ein bisschen Abstand nach Faise. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oder, na, da habe ich nicht so viel. Da, guck mal, 3. Ah, nee, das ist diese Milchfabrik. Die will ich natürlich nicht klauen. Da ist da vielleicht. 1, 2, 3. Da, oder da ist zu dicht, ne? Oder da. Da ist der Wald weg, oder? Da vielleicht. Da könnte ich hin. Mal gleich mal gucken, was der, was der Siedler, wenn er fertig ist, was er dann sagt. Stadtstaaten übrigens, ähm, bauen keine neuen Städte, ne? Die bilden keine Siedler aus. Die expandieren nur mit ihren Grenzen, was ein bisschen nervig ist. Mh, mal gucken, was jetzt hier noch so eine Phase ist. Gibt es hier noch irgendwelche Bedrohungen? Du hattest da eben noch den Speer irgendwo gesehen. Ähm, okay, also, bam, ich kann hier einen Bauernhof, bekomme ich noch eine Nahrung mit dazu. Ja, komm, wir machen da jetzt mal einen Bauernhof. Ich brauche mal ein bisschen Nahrung irgendwie. Da habe ich jetzt ein Feld mit drei Nahrung. Das ist jetzt, äh, das will ich jetzt haben. so, du bleibst mal eben da stehen. Das ist da auch so, das ist automatisch erkunden. Dann wird man ruhig da stehen. Das hilft mir gleich bei der Entscheidung, wo ich die Stadt baue. so, und, äh, während wir die neue Runde laden, ist es schon ja soweit, dass wir eine klitzekleine Unterbrechung machen. Das ist gar nicht schlecht, weil ich habe mir noch so ein Abfall rumliegen. Den beiß ich jetzt mal kräftig rein und wir sehen uns gleich. Was, Ende? Näh! Veräppelst du mich? Wird, es ist schon, es ist schon halb zwei? Ach was! Du hast recht, aber bei mir steht, steht bei, ach nee, ich habe jetzt ja auch, äh, noch so Meetings und so. Ach was, ist schon vorbei, Mist, hat Spaß gemacht. Äh, ihr Lieben, dann war es das jetzt mit Civilization für die Konsole. Es war natürlich jetzt nur das Early Game. Ich hätte grundsätzlich Bock, noch ein bisschen weiterzuspielen, weil es ist einfach so, splätschert so schön, oder? Ich habe häufiger mal Slots jetzt, eventuell, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich nächsten Donnerstag oder so, aber ich habe jetzt immer so häufiger auch Vormittags, ähm, Zeit. Und dann können wir mal gemeinsam überlegen, was wir spielen. Und Civilization ist eine absolute Option, ob wir das noch weiterspielen wollen. Ich werde, äh, das jetzt hier mal so safen. Ähm, und mein kurzes Fazit ist, ich bin echt angetan, das ist ein vollwertiges Civilization für Konsole, wenn ihr keine PC-Spieler seid und deswegen nie wirklich in Kontakt kamt mit dieser Spielereihe. Meine Empfehlung habt ihr zu 100%. Das ist echt ein richtig cooles Spiel, man hat viele Stunden Spaß damit, es ist sehr komplex, man kann immer, immer wieder spielen, dass jedes Spiel ist ein Stück weit anders. Also, meine Empfehlung, kauft euch das und, ähm, ich mache jetzt hier Feierabend. Tschüss! 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 Vielen Dank.